So, Chat, let's go! Hallo YouTube! Wir machen Mario Wonder weiter. Ich habe letzte Woche kurz angefangen, die erste Welt gemacht, den ersten Boss gemacht, aber nicht alles hier erledigt. Hier gibt es auf jeden Fall noch einiges, was man theoretisch erledigen könnte. Ähm, vor allem alle Rüben sammeln, wa? Habe ich ja nicht getan. Wir sind ja so ein bisschen durchgerusht letzte Woche, weil ich unbedingt den ersten Boss noch sehen wollte, bevor ich aufhöre. Aber ansonsten habe ich jedes Level trotzdem gemacht, ne? Nur nicht alles auf 100%, aber die 100%, ähm, wenn es halt auf dem ersten anhiebten Level nicht klappt, auf 100%, ist kein Problem. Wir kommen später wieder. Ich werde jetzt nicht irgendwie jedes Level fünfmal spielen oder so, bis ich da alle Rüben habe. Guck mal, das habe ich nicht gemacht. Sondern wir machen erstmal casual alles durch und dann gehe ich am Ende nochmal durch alle Welten durch und säubere. Säubere! Die Rüben. Gestern eine Katze gefunden mit Halsband und gepflegt im Fell. Total zertutraulich und lieb gemauzt. Gehört bestimmt jemandem und ist entflohen. Wusste nicht, was ich machen soll und habe sie dann nicht mehr gefunden. Oh no. Aber wieso entflohen? Wieso denkst du, dass sie entflohen ist? Vielleicht ist das einfach eine Freigängerkatze? Und die war gerade einfach nur unterwegs? Ich habe nicht gelesen. Achso, okay. Du kannst es! Diese deutsche Stimme, Mann. So weird. Also, man kann mittlerweile jetzt auch Walljumps machen nach oben. Das ist stark. Das ist Starki. Stell die Blume bitte auf Russisch. Kann ich das on the fly einstellen? Es gibt kein Russisch. Oder? Doch. Und das ist nice, sagst du? Die lief halt so zwischen Wohnblöcken auf der Straße rum und es war keine Person in der Nähe. Beziehungsweise auch keine Gärtner oder Einzelhäuser. Nur so Mietsblöcke mit Balkons. Vielleicht runtergehüpft. Ja, es gibt ja viele, die ihre Katzen auch in solchen Mietgegenden rauslassen, wenn sie im ersten OG wohnen oder so. Habt ihr sie verstanden? Wie, war nicht geändert? Ich habe eigentlich die Kategorie geändert gehabt. Oder habe ich nicht gespeichert? Aber Kuss. Ich dachte, da kommt irgendwie eine coole Stimme oder so. Aber die Stimme ist ja ziemlich ähnlich zu der deutschen. Okay, ich gehe von oben. Nein, jetzt kriege ich die Münze nicht mehr. Scheiße. Ich habe gerade irgendwie an Metroidvanias gedacht und dachte, ich kann hier einfach runter. Progress na lizo! Progress na lizo! Bravo! Crazy! Man kann ja jetzt sogar noch höher. Dadurch, dass man ja einmal abbouncen kann nach oben und dann weg. Das ist ja crazy. Bravo! Wunderbar. Klingt wie du. Ja, nur mit dem Perk. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde schon fast den Walljump-Perk geiler eigentlich. Wobei, gleiten kannst du ja gar nicht ohne Perk. Aber normale Walljumps kannst du ja immer noch auch ohne Perk machen. Ich denke, wir bleiben beim Gleiten, ne? Ne, nicht anlegen. Wir bleiben, denke ich mal, beim Gleiten. Puh! 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 Hier we go! Ich habe noch nie ein Contest-Frage-Bravo gehört. Ja, gib dir mal mehr Mühe, ne? Gib dir mal mehr Mühe! Oh, der Trip beginnt, Mann! Noch ein Daisy ist jetzt für kurzen Moment so wie Tomatulix in seinem neuesten Video. Habt ihr das zufällig gesehen, Chat? Oh, die darf ich ja nicht nehmen. Oh, die darf ich ja nicht nehmen. Achso, die töten mich nicht. Oh, ich muss hoch! Wow! Nein, neueres Video, nicht das Camgirl-Video, das, wo er die neue Droge, ne neue Droge testet. Irgendwie Salvia oder so, Salivia, Salovia, ist ein neueres Video. Scheiße, das war sehr laut. Junge! Junge, der ist einfach komplett weg! Hui! Hui! Warte, wo geht's hier los? Ähm... Hui! Ähm... Wo atmet ihr den Spaß zum ersten Mal ein? Es ist irgendwie so eine Pflanze... Ich weiß nicht mehr, woher die Pflanze kommt. Da. Um mich erstmal an zu sein. Aber es ist wohl irgendwie eines der stärksten Halluzigenen, was es so gibt. Ah. Digga, der ist komplett weggetreten. Oh! Oh! Halluzinogene! Und das ist wohl nur so ein ganz kurzer Trip, aber super intensiver Trip oder so. I guess und ja. Was hab ich gemacht? Er kann Farben schmecken und Geräusche sehen. Find das, äh, was? Find das soll interessant, was so Wirkstoffe mit einem machen. Ich find's halt super gruselig, Mann. Es ist schon sehr interessant, aber auch super gruselig, Mann. Dieser Wechsel zu Mario zurück. Wir spielen Mario Wanda, hier geht's auch um Drogen. Find's dumm, so was halt in Videos zu zeigen. Ja, es ist halt, es ist halt, es ist halt ein zweischneidiges Schwert, Digga, ne? Einerseits... Einerseits... Oh, nein, hoch! Nein! Wow. Einerseits ist es natürlich nice, weil's ja aufklärend ist, ne? Und das dann halt irgendwie, wenn, ähm... Du irgendwie ein, ähm, ein Mensch bist, der irgendwie Kontakt zu Drogen hat oder so, in Form von Freundeskreis oder so. Und die sich die Scheiße dann irgendwie da reindonnern oder so. Ähm, dass du vielleicht dich dadurch dann vielleicht ein bisschen mehr dadurch auseinandersetzt und weißt genau, was das ist. Und weißt vielleicht, wie du damit besser umgehen kannst. Aber andererseits natürlich auch ist es ja irgendwo auch irgendwie eine Werbung, ne? Für diese Droge. Ja, aber ich komm da gar nicht drunter, wow! To be honest, sowas wie die Pflanze würde ich durch ihn nicht mal kennen. Ja, du bist aber auch kein Junkie. Du bist auch kein Junkie. Junge, wenn, wenn, wenn ich irgendwie ein Gegenwart das... Also nicht, dass Dashke ein Junkie ist, aber Dashkarte in der Vergangenheit. Aber wenn ich das in Dashkes, ähm, Gegenwart erwähnen würde, dann würde er sagen, ja, wow, das ist doch schon 300 Jahre alt. Das habe ich schon damals mit fünf Jahren zu mir genommen oder so. Wenn ich dann irgendwie ankomme und sage, yo, habe ich bei Tomatolix gesehen. Dann direkt kriege ich sowas, weißt du? Das ist also teilweise, also die meisten Sachen, die er dort zu sich nimmt, habe ich noch nie was von gehört oder so. Nice. Du, 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 du. Was ist das hier? Achso. Aber ja, wenn man halt da in dieser Bubble unterwegs ist, dann kennt man das wahrscheinlich schon alles. Nein, der klärt ja nicht auf, dass Drogen scheiße sind, sondern wenn du zu jemandem sagst, hey, Drogen sind scheiße, wird er nicht sagen, ah, okay, stimmt, dann nehme ich sie nicht. Stimmt. Tomatolix hat gesagt, Drogen sind doof, die nehme ich nicht. Das macht er ja nicht, sondern er zeigt ja auf und klärt ja auf, wenn man sie nimmt, wie man sie vielleicht nehmen sollte. Das ist ja eher so das Ding. Weil du wirst niemanden davon aufhalten, keine Drogen zu nehmen, wenn du ihm sagst, nimm bitte keine Drogen. Chat, nimm keine Drogen, okay? Drogen sind böse. Aber wenn ihr sie nehmen wollt, dann informiert euch vorher bei Tomatolix, okay? Denn Drogen sind gefährlich und sollten nicht, ähm, wie heißt das, nicht blauäugig einfach konsumiert werden, okay, Chat? Sogar sowas wie Gras und so, das kann so hart backfeiern, äh, nicht im Sinne von Abhängigkeit oder so, sondern von einem Bad Trip. Und allein durch Gras oder so kannst du so einen miesen Bad Trip erleben, dass das für dich echt eine Horror-Erfahrung sein wird. Also lieber informieren, Chat. Informiert euch, okay? Oder lasst die Finger davon. Was gibt's hier Schönes? Mir geht's halt nicht um die Abhängigkeit. Klar, Abhängigkeit kannst du von allen möglichen Drogen werden. Aber wenn dann irgendjemand sich so denkt, so, ja, ich würde das schon probieren, nicht irgendwie so regelmäßig, sondern nur probieren, so. Na, schon alleine da, dahingehend sollte das einem bewusst sein. Dass allein das Probieren schon Ausmaße haben können, die in dir Dinge auslösen können, wodurch du vielleicht ein Traumata erleben könntest. Auch sowas Simples wie Gras oder so, was ja irgendwie voll normal ist und jeder donnert sich das, jeder donnert sich das am, äh, fünfmal am Tag rein oder so. Delfin Kick. Oh, Leute, das ist ja eine Referenz an Final Fantasy. Drück unter Wasser, oder wie heißt das? Ne, Delfin Rush, Delfin Dive, Delfin, wie war das bei Final Fantasy? Sponsored by NordVPN. Drück unter Wasser eher oder schüttel den Controller. Auf gar keinen Fall wird hier geschüttelt. Dolphin Kick. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das war kein Kick. Das war kein Kick. Das war... Eher ein Schlag. Ich glaube, das hieß irgendwie Dolphin Dash, Dolphin Rush. Irgendwie so. Ui. Okay, das... Das macht auf jeden Fall Schwimmen um einiges angenehmer. Also, wenn wir irgendwie unter Wasserlevel starten, dann das... Diesen Perk hier mitnehmen ist, glaube ich, schon Pflicht. Ohne will man das, glaube ich... Ohne das Perk will man, glaube ich, kein Wasserlevel machen. Ich klinge dich. Ich klinge dich. Komm schon! Aber ist auch ein nerviger Perk. Juh, 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 hey! Ähm... Ach so, wäre ich Erster gewesen, hätte ich wahrscheinlich durchgekonnt, ne? Ah. Da war ja einer superschnell. Zum Glück ist das Geräusch nicht nervig oder so. Tomatelix wurde auch schon von Leuten mehrfach online angezeigt, wegen Kokain-Konsum. Seine Anwältin hat das dann... Ja, ja, ich habe das gesehen, das Video. Dass er über die ganzen... Ähm... Das ganze Thema gesprochen hatte. Dass er da auch wohl Anzeigen hatte und sowas. Ja, ja. Mit Daisy ist automatisch alles nerviger. Ja, deshalb nehmen wir... Nehmen wir... Nehmen wir... Daisy, warte. Final Fantasy... Delfin... Delfinschlag. Delfinschlag heißt es im Deutschen, ja. Ähm... Und... Wie heißt es in... Dol... Delfin... Heißt es Dolphin Jump im Englischen? Dolphin Flurry! Oder so. Ähm... Oder... Zell hat das ja in FF8. Dolphin Blow... Ist das bei FF8. Auf jeden Fall Delfin Digga. Referenz. Ähm... Im Territorium der Sandhechte. Ist das... Ist das ein Unterwasser Level? Let's go! Ich kann das glaube ich nicht sehen vorher, ne? Ich nehm's aber trotzdem mit. Ich... Zeichen. Äh... Wechseln. Ich glaube wir werden hier jedes ein oder andere Wasser Level haben. Ich nehm's mit. Für diese Welt. Mh! Mh! Hey! Uh, Fisch. Hey, Godzilla! Sieh das alles halt maximal kontraproduktiv. Einer der größten Nebeneffekte ist, dass Leute wie wir die Reaktion lustig finden. Danke für die Aufklärung. Ja, das ist ja nicht nur das. Also, das ist ja nicht nur das, dass wir uns darüber lustig machen können, sondern dass es ja auch wirklich aufklärend ist. Aber ja, ist natürlich ein streitbares Thema, wo man sagen kann, ne, ähm, wäre diese Aufklärung überhaupt wichtig, wenn man diese Droge gar nicht kennen würde, aber man sie ja jetzt theoretisch kennt durch Tomatolix, so, ne, das ist es halt. Das ist für geile Gubber, Gubber-Stacheldinger, Alter. Sieht einfach aus wie ein Pokémon irgendwie. Und Jules, danke schön für 20 Monate. Also, ich würde die meisten Drogen davon nicht kennen, ja, aber ich bin auch nicht, was Drogen angeht, irgendwie dabei. Ich habe generell in meinem Leben so gut wie kaum Kontakt zu Drogen gehabt. Deshalb, ich bin da voll nicht im Game drin. Also, alles, was ich gerade gelernt habe, ist, dass der Junge eine gute Zeit hatte. Ist jetzt, ja, wir haben einen kurzen Clip gesehen und nicht das ganze Video. Er redet ja mehr über dem Video, er redet, woher diese Droge kommt, was die für eine Auswirkung hat und so. Er redet ja mehr darüber. Ich habe ja nur kurz einen Ausschnitt gezeigt. Wenn dich diese Droge interessiert und du gerne wissen willst, was die für Schäden oder Folgen hat, dann kannst du dir das ja gerne anschauen. Ui, was ist das denn? Nach unten. Hätte ich da noch was abholen müssen? Oh. Um welches Video geht es? Äh, nichts Konkretes. Es geht gerade generell um Tomatolix und seine Drogenvideos. Diese geilen Fische. Ein Dorsch. Ein geiler Dorsch. Komm hoch. Komm hoch, Tigi. Okay, komm nicht. Bumm, 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 bumm. Yo, Riesendorsch. Riesendorsch. Kann ich hier rein? Kann ich hier rein? Nein. Mach mal hier auf. Ui, scheiße. Ne, hier. Ich check noch nicht ganz gut das Timing, wann er kommt. Also wie ich ihn am besten baiten kann. Okay, ich seh's. Ähm, sobald er untertaucht, hat er seine Position quasi fest. Da, man sieht sein Gesicht, jetzt taucht er runter. Da kommt er jetzt hoch. Okay. Ich dachte, er kann dann halt noch, während er im Sand ist, sich noch weiter bewegen und sich anpassen. Aber das tut er nicht. Wundersam erhalten. Okay. Find's bei ihm so spannend, dass es angefangen hat mit, wie ist das eine Woche ohne Zucker und jetzt, ja, das ist so wild, diese Entwicklung, Mann. Das ist so wild. Auf einmal Main-Content Drogen geworden. Schon fast ein hübscher Teil, das stimmt. Das sind sehr hübsche Spiele. Vor allem sagt er jedes Mal, ja, ist nicht so schädlich, nur weil er vielleicht egal ist. Experten dabei hat und das überwachen. Trotzdem schadet es dem Körper, egal, wer neben dir steht. So, what the fuck. Bestimmt, ich hab jetzt nicht so, bin jetzt nicht so tief in die Analyse von Tomatolix gegangen. Alles für die Klicks. Ich mein, man kann natürlich sagen, ja, das ist verwerflich. Viele Kids schauen das, viele Leute schauen das, werden davon abhängig. Aber, ich sag's, wie es ist, Chat. Ich sag's, wie es ist. Klingt vielleicht doof, aber Aber Mich jucken nicht die Kids. Keine Ahnung. Juckt mich halt nicht. So, I don't know. Ich guck mir das an, weil ich's interessant finde. Keine Ahnung. So, I don't know. Ich will ja auch irgendwie interessanten Content sehen. Und wenn man jetzt alles darauf bezieht, das darf man nicht machen, wegen den Kids. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, ich persönlich würde halt so ein Content nicht machen, ja. Aber wenn das jemand anderes macht, mich juckt's halt nicht so. Dann guck ich's mir an. Wenn es mir gefällt, find ich's interessant, dann find ich's halt interessant. Aber ansonsten Solange ich's halt nicht selber mache und mich hier hinsetze und Also, ich würd's nicht selber machen. Ne? Äh, juckt mich das an sich nicht so wirklich. Bip, 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 bip. Da müssen die Eltern aufpassen, nicht ich, ja. Da muss nicht ich aufpassen. Deshalb, oder da muss es irgendwie eine kontrolle geben vom staat oder sonst was keine ahnung aber ich bin halt nicht die instanz dafür als ob geht sich wirklich die videos vorher angucken oder so ja keine ahnung ob das überhaupt jemand anguckt aber bei sowas ja oft so immer immer so diese thematik ja aber die kinder die kinder so und keine ahnung ja dann sollen halt die kinder drauf sollen halt die eltern aufpassen was ihre kinder da schauen gleich da noch unten wahrscheinlich von links vielleicht scheiße ich komme auch gar nicht mir zurück vielleicht hätte ich von unten durch die steine durch brettern können oder so ne ich dachte es geht um porn wie kommst du auf porn kann ich da runter wie kommst du auf porn so komme ich hier hin okay und das hat mir jetzt was gebracht außer ein paar münzen find zum beispiel trotzdem gut das casinostream als beispiel nicht mehr auf twitch stream dürfen ja also dass sie das halt nicht machen finde ich auch gut aber ich sag's wie es ist als das das ding das thema war es keine ahnung hat mich jetzt auch nicht so großartig interessiert ich finde gewinnspiel auch scheiße und dafür werbung zu machen auch scheiße aber ich würde es auch nicht selber machen aber an sich juckt mich das jetzt auch nicht so krass ich habe so viele eigene baustellen und probleme keine ahnung ich habe da gar keine energie irgendwie für für irgendjemand anderen zu kämpfen wenn ich nicht mal mit mir selbst klarkomme oder die ganze das war jetzt auch so ein ding ne auf twitch mit dem ganzen frauen ziehen sich aus und probieren irgendwie die grenzen auszutesten und dann gab es ja auch immer super viele leute haben gesagt ja aber die kinder die kinder ist natürlich doof für die kinder aber dann sollen sich halt die kinder die eltern drum kümmern brauch so ein nerviges thema junge die doofen frauen die sich da ausziehen wir haben keine macht chat wir können porn nicht aufhalten porn übernimmt den alltag wir können sich aufhalten es vorbei porn hat gewonnen jede plattform ist voll mit porn wir haben verloren also doch jetzt porn unter anderem ja nein da hätte ich unten wahrscheinlich noch hingekonnt da wäre eine rüber bestimmt gewesen ne die blume hat russisch gesprochen die blume hat russisch gesprochen ja natürlich ist es ein egoistisches denken aber am ende des tages am ende des tages muss halt jeder trotzdem irgendwie mit seinem leben klarkommen und an sich selbst denken auch irgendwo und ich muss nicht jeden kampf kämpfen meine art dagegen vorzugehen dagegen vorzugehen ist ich mache es halt einfach nicht ich nutze es nicht aus das war's das ist mein kampf so kämpfe ich okay mein kampf klang ein bisschen kritisch gerade klang schwierig bombastic side-eye gefährlich ist ja nicht der content an sich sondern daher dass die leute dann das geld der eltern in den stream pumpen etc ja dann sollen halt die eltern aufpassen dass die kinder nicht ihr geld klauen du hast es schwierig gemacht ja du bist halt die eltern ab und zu mal aufs konto gucken halt wirklich ui was ist das denn achso der schießt die reihen deinen in den in den dingens das ist so ein so ein so eine party schlange oh wow wow ich glaube aber hier nehme ich mal das gleiten hier gibt es glaube ich kein schwimmen wünschte halt wir würden mehr in einem kollektiv leben wo es heißt ja pech eltern sech denke dann würde auch mehr kids bekommen wenn man nicht so alleine da steht was ja pech eltern sech danke dann würde auch mehr kids bekommen ich verstehe den satz nicht ich habe springen gedrückt wieso ist sie nicht gesprungen ich habe springen gedrückt ja hoppla das ist ein großes hoppla gerade gewesen jo was ist das eigentlich für ein beat hier gerade gleich kommt der drop und dann rappt erstmal bowser junior was für bowser junior ja es gibt im spiel bowser junior der sohn von bowser der kleine süßer kennst du den nicht einfach eine gesellschaft wo man nicht egoistisch sagt sind die eltern dann dran schuld ja natürlich sind sie nicht dran schuld die eltern klar so ist es nicht natürlich sind dann die leute die sowas machen schuld und dann wäre das problem ja nie da aber so leicht lässt sich das nicht lösen deshalb ja ist es leider am ende des tages bei der plattform oder bei den eltern ich meine twitch könnte auch einfach die plattform generell ab 18 stellen aber dann hätten wir das problem dass halt kids sich die einfach falsche falsche daten angeben werden dann haben wir da wieder ein problem dann könnte man eine ausweiskontrolle einbauen ja das geht dann auch aber dann wäre der halbe chat weg ja ne ich glaube meine 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 zuschauer sind nicht so jung ich glaube meine average zuschauer sind alle so glaube ich zwischen 20 24 so in dem dreh vielleicht gibt natürlich einige die drunter oder drüber sind aber ich glaube so das ist so der durchschnitt er gesagt wir haben kinder zugang zum geld der eltern ja indem sie einfach das porponet nehmen die machen mir gar kein damage bin laut steam 1981 geboren weil ich mir sonst früher keine spiele ab 18 anschauen durfte und das ist bis heute gespeichert ja und das ist ja auch bei steam auch so ein problem deshalb gibt es ja mittlerweile viele spiele in deutschland also das viele aber einige spiele in deutschland die gebannt sind nicht unbedingt weil sie vielleicht Junge was geht denn hier ab für ein trip nicht unbedingt weil sie weil deutschland gesagt hat dieser content ist gefährlich sondern weil deutschland gesagt hat jo steam führt endlich eine regelung ein dass man eine ausweiskontrolle bekommt bei euch auf euren auf eurer plattform und steam hat gesagt nö also hat angefangen deutschland spiele zu bannen bei manchen spielen vielleicht zu recht bei manchen vielleicht eher weniger ich sag nur manhunt ich glaube manhunt ist nicht das problem auf steam ich glaube das spiel gibt es nicht auf steam gab es da sonst echt nichts oben stichwort killerspieler debatte killerspiele glaube ich gar nicht so schlimm was in deutschland angeht klar gibt es immer wieder irgendwelche spiele die gebannt werden oder halt nicht nicht lizenziert werden hier in deutschland aber was glaube ich so ein großes problem ist wo viele spiele bei uns auf steam zum beispiel gebannt sind ich bin wieder unten ist porn full circle wir sind wieder bei porn sehr viele porn spiele sind in deutschland gebannt auf steam und nicht weil sie primär porn sind sondern primär weil deutschland hat gesagt ja ihr könnt die spiele hier bei uns raushauen wenn ihr eine ausweiskontrolle macht und steam hat gesagt nee kein bock habe ich gerade twitch gesagt ich meinte auf jeden fall steam und steam hat gesagt nee haben wir keinen bock was denke ich mal was denke ich mal irgendwo irgendwie auch zum teil verständlich ist dass steam da keinen bock drauf hat weil ich denke mal viele viele kunden viele wahrscheinlich auch von uns hier im chat hätten zum beispiel jetzt nicht unbedingt bock ihre ausweisdaten überall anzugeben und steam denkt dann wahrscheinlich jo vielleicht verlieren wir dann einen haufen kunden weil sie halt nicht ihre ausweisdaten angeben wollen und dass sie dann da denken nee das wollen wir nicht das wollen wir nicht man sollte halt auf beiden seiten tun was man kann leute finden immer lücken durch die man durch kann aber wenn man es schwieriger macht können viele lust daran verlieren und genauso sollte man seinem kind nicht sein handy mit paypal geben das ist sowieso los lustig ist heute dass ein baller spiel also baller spiel fortnite das beliebteste kinderspiel ist hätte man vor 20 jahren nicht gedacht dass sowas passiert ja vor 20 jahren gab es auch nicht unbedingt so welche baller spiele ich meine wir hatten vor 20 jahren auch shooter spiele gab die vielleicht eher für kinder gedacht sind sowas wie jack and dexter der ist auch mit einer knarre rumgelaufen wretched and clank ist auch mit einer knarre rumgelaufen oder sowas glaube ich aber ja open und early kein problem damit meine ausweisdaten zu tippen ja ich habe es nicht ich habe es an sich auch schon auf mehreren plattformen mal irgendwie gemacht weil wo ich wenn ich das irgendwie machen musste oder so aber es ist jedes mal irgendwie gruselig irgendwie ein unwohles gefühl aber ich meine am ende des tages china hat eh schon alle daten oder wer will meine daten chat china ist eh schon okay w2 wölkchen das ist der zweite teil der wolkenwelt ne ne moment ich bin ja nicht in der wolkenwelt ich bin doch gerade hier in der wasserwelt oder wie heißt diese welt hier die heißt irgendwas mit blüten oder blüteninsel genau ich kann da nicht rüber da kommen wir wahrscheinlich von der anderen seite dann per shortcut oder so ich denke mal wir gehen ins wölkchen gebirge steht auch welt 2 wo ist die karte nochmal ist blüteninsel auch welt 2 chat ich bin so verwirrt hey diese tolle aussicht gehört ganz alleine mir ach die blüteninsel ist quasi ah ist so ein hub ein hub mit leveln okay das heißt ich bin jetzt erst in welt 2 so wir sind im wölkchen gebirge angekommen am gipfel sollte es einen königsamen geben okay okay hab die welt komplett vergessen aber guck mal wie schön die aussieht wiii erinnert mich gerade von den farben her und so ein die herkules welt aus king nummer 3 ja bei playstation das mit dem perso den code einmal angeben das habe ich aber seit der ps5 gar nicht mehr bei der ps4 war das richtig schlimm jedes mal jeden kauf den du machst immer wieder perso rausholen bei der ps5 ist es nicht mehr so schlimm kann mich nicht erinnern weil ich das letzte mal meine perso nummer eingeben musste boop 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 aber ja ps4 war richtig schlimm einmal im monat mindestens perso daten angeben müssen das war immer richtig schlimm keine ahnung wie so die scheiße nie gespeichert wurde brrrr boop 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 Rutschparty im Plötzertal. Klimmsprung? Abzeichentest. Tausend Schlängeler im tiefen Schnee. Und hier ist Fragezeichen. Rätsel der Verstecke. Ich will Rätsel machen. Kann sein, dass es an Österreich liegt. I don't know. War echt eine nervige Zeit. Im Browser hattest du das nicht. Ich habe das damals dann irgendwann umgehen können auf der PS4, indem ich mit dem Handy gekauft habe. Und beim Handy hatte ich nie das Problem dann gehabt. Aber auf Konsole immer, Alter. Okay, wie ist das Rätsel jetzt hier? Rätsel? Das ist ja einfach ein Mario-Maker-Level hier. Oh, ich bin im Hintergrund. Ich habe einfach bei Amazon PSN Guthaben gekauft. Und somit auch die Perso-Sachen umgegangen. Also mich hat es ja nicht mal gestört, dass ich Perso-Sachen angeben muss, Perso-Daten angeben musste. Mich hat es halt gestört, dass ich das jedes Mal machen musste. Das war halt lästig, Alter. Boop, 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 boop. Ich hatte, zu der Zeit hatte ich noch, wo ich das öfters eingeben musste, ich konnte die zweite Hälfte von meinem Perso-Ausweis immer auswendig, weil ich das so oft eingeben musste. Okay, hier ist gar nichts. Da oben ist einer. Wie komme ich denn da hin? Auch einfach Blöcke, versteckte Blöcke? Wahrscheinlich, ne? Dahinten ist ja irgendwie so ein fliegender Block. Vielleicht mit Speed. Genug Speed. Hä? Ist da auch kein versteckter Block oder so? Äh, Wona ist bisher sehr cool, ja. Aber wir gehen mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber das ist immer so im Marathon bei mir gewesen, dass ich, äh, sobald ich ein Mario-Spiel gespielt hatte, was wieder irgendwie einen komplett neuen Stil und sowas hatte, hatte ich anfangs immer sehr, sehr viel Spaß und dann teilweise ging das ein bisschen runter. Hä? Deshalb, bisher ist das noch ganz geil, weil der Style ist selber was Frisches, ne? Oh, hier. Ist ja was Frisches, ne? Hä? 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 Perso kann ich auch auswendig, aber meine Handynummer bis heute nicht. Meine Handynummer kann ich. Und ich hab, äh, ähm, ein Passwort für meinen Passwortmanager, was ich auch auswendig kenne. Das sind die zwei Sachen, die ich auswendig kenne. Hä? 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 Ey, so knapp! Boah, kennt ihr das? Wenn ihr irgendwie sowas, so wie so, z.B. jetzt so eine Handynummer habt oder irgendwie so ein Passwort habt, was ihr auswendig kennt und das ist dann irgendwie, ähm, ab und zu mal, nach irgendwie, ähm, nach, keine Ahnung, nach Monaten oder sowas, zwischendurch immer irgendwie sowas kommt, wo ihr plötzlich es nicht mehr könnt. Und das ist schon Dankeschön für 54 Monate. Ach, da ist eine Blubberblase. Ich glaub, mit Blubberblasen soll ich das machen. Ich bin so dumm. Oder? Auf den kann man ja springen, oder? Ja, ich hätte das mit Blubberblasen machen müssen, nicht dumm Kopf. Aber wo ist denn jetzt noch mehr? Ich hasse das, Mann. Dann hat man irgendwie so einen Dreher drin, einen Dreher drin, oder dir fehlt irgendwie ein Buchstabe, eine Zahl oder sowas, fehlt dir und es ist einfach nicht mehr da im Kopf. bei meiner Bank bin. Boah, das hatte ich mal gehabt im Lidl, Leute. Oh mein Gott, war das schrecklich. Einfach Bankpinn vergessen. Ah ne, ich konnte ja hier noch runter, ne? Vier Zahlen. Ich hab's einfach vergessen. Ich konnte nicht einkaufen. Und dann steh ich da und sag, yo, äh, ich, 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 äh, ich hab meinen Pin vergessen. Einfach so vergessen. Aber wo ist denn hier noch eine Blume? Und ich merk mir meinen Pin eigentlich auch gar nicht an den Zahlen, sondern meinen Pin immer anhand der Form. Also Form auf dem, auf dem Touchpad halt, ne? Nicht Touchpad, sondern auf dem Nummernfeld. die Form halt. Wie das aussieht quasi. So merk ich mir das. Und manchmal vergesse ich immer, von wo ich quasi diese Form anfange. Fang ich sie jetzt oben an? Fang ich sie jetzt unten an? Hab ich sie ja links oder rechts angefangen? Hey, was klappt, Bricky, du Wunderkind? Bin gespannt, wie sich das bei dir noch entwickelt. Ich hatte grundsätzlich echt immer gut Spaß mit dem Spiel, war aber als 100% irgendwie ausgebrannt. Oh no. Davor hab ich auch ein bisschen Angst. Liegt wahrscheinlich daran, dass mir grundsätzlich 2D-Maris nicht mehr so viel Spaß machen wie früher. Okay. Also ich mag so 2D-Jumpruns heute auch immer noch ganz gerne. fragt mich auch manchmal einfach random, ob ich die nochmal geändert habe oder sowas. Wieso sollst du sie die ändern? Ich habe nur so oft das Problem, dass ich es richtig eingebe, aber dann es falsch, aber dann es falsch, um es dann zu ändern und mir dann sagen zu lassen, dass ich nicht dasselbe Passwort nehmen soll. Kann man nicht bei einer neuen Karte den alten Pin nochmal nehmen? Das geht nicht? Okay gut, das ergibt auch keinen Sinn, ne? Sonst kann er es ja theoretisch... Nee. Keine Ahnung. Bin so froh, dass man das nicht mehr wissen muss durch das kontaktlose Bezahlen. Also ich bezahle immer noch mit Pinnen. Ich habe 100 Geräte für die Arbeit, auf die ich mich jeden Tag anmelden muss. Nach dem Urlaub auch immer ganz witzig, die Kombination wieder herauszufinden. Boah, ja, den Pin von der SIM-Karte. Und dann hat man irgendwie einen kleinen Dreher drin oder so was oder kurz irgendwie so einen Hänger. Dreimal falsch eingegeben. Oh, wo ist der Brief mit der Puck? Leute, mir fehlt irgendwo noch eine Blume. Wo habe ich hier eine Blume? Wo ist die hier versteckt? Wo ist denn die hier versteckt? Was ist das für ein Rätsel? Nee, nur nicht sagen. Das war rhetorisch. Ich habe ja drei Passwörter, die ich abwechselnd benutze. Da muss ich dann auch immer bis zu dreimal probieren, weil ich merke, mir nicht immer welches ich genau benutzt habe. Ja, so eine Zeit lang habe ich das auch gehabt. Bis ich gehackt wurde. Und dann mir einen vernünftigen Passwortmanager angelegt habe. Und seitdem merke ich mir nur noch einen. Und zwar den für den Passwortmanager. Hat das irgendwas damit zu tun hier? Muss ich hier vielleicht irgendwie ein Rätsel lösen? Dass wenn ich irgendwie alle treffe, dass dann irgendwie sich ein Weg öffnet oder so? Habe ich hier einen Hinweis? Hm. Und Kuschelmikere. Dankeschön für zehn Monate, man. Vielen Dank. Simpen so nötig heutzutage. Wenn man ein Handy klaut, kann man einfach die Sim rausnehmen. Hier? Okay. Ja, der Sim-Schutz war ja eigentlich eher immer gedacht, dass niemand halt, wenn er das Handy klaut, deine Nummer benutzen kann. Und damit irgendwas anstellen kann. Aber ja, theoretisch, wenn man jetzt ein Handy klaut, kannst du die Sim-Karte ja theoretisch rausstecken ja theoretisch rausstecken und dann das Handy anmachen und dann bist du ja auf dem Handy trotzdem in allen Konten eingeloggt, oder? Also wenn ich jetzt mein Handy nehme und eine andere Sim-Karte reinstecke und das Handy dann annehme, dann bin ich doch sowas wie zum Beispiel jetzt YouTube, Twitch und so bald noch eingeloggt, oder? Und Gulasch, danke schön für 41 Monate in Tier 2. Vielen, vielen Dank. Welchen Passwort-Manager hast du? Sag ich nicht. Ich hab Angst, das zu erwähnen. Vielleicht ist das dann einfacher, mich zu hacken. Ich sag gar nix. Hä? Okay, gib mir mal einen Tipp, Chat. Nur einen kleinen Tipp. Bestimmt Notizblock. Ist unten, okay. vielleicht irgendwie so in der Wand drin. Die Röhren gingen ja alle nicht. Hartes Rätsel. Wieso macht das Holzgeräusche? Ich war bei diesem Level im Koop-Modus drin. Wir saßen ewig dran. Weil wenn einer rechts nach unten fällt, stirbt der, weil er zu weit vom anderen... Oh lol. Ist die in der Wand drin? Ich mein, man kriegt ja die ganze Zeit einen Pilz. Man kriegt ja die ganze Zeit einen Pilz. Das heißt, es muss ja irgendwas sein, wo man den Pilz braucht. Aber hier sind ja keine... Also das Einzige, was man ja mit einem Pilz machen kann, was man als Kleiner nicht machen kann, ist ja Blöcke kaputt machen. Was war das gerade für ein Geräusch? Oder fehlt mir irgendwie eine Mechanik? Nein. Oder fehlt mir eine Mechanik, von der ich nichts weiß? diese Blöcke sind halt so verwirrend, ne? Die müssen doch irgendwie ein Hinweis sein, oder? Ach, das Geräusch kam von dem Pilz. Fünfmal Hasi, viermal Prinzessin, dreimal gelber Yoshi. Aber das ist jetzt nicht irgendwie... Also ich kann das schon mit Daisy machen, Chad, oder? Ja oder nein? Ja, okay. Vielleicht brauche ich jetzt einen anderen Charakter oder so. Da ist halt dieser eine ominöse Block da rechts. Ja, ich dachte vielleicht jetzt ist es irgendwie so wie bei 3D World. Bei 3D World gab es ja so... Moment. Okay, ich dachte vielleicht funktioniert er auch im Hintergrund. Bei 3D World gab es ja das, dass man zum Beispiel manche Stempel nur mit bestimmten Charakter einsammeln konnte. Dieser Block ist doch hier irgendwie als Hinweis. Der wird doch nicht einfach random in der Luft einen Block hängen. Aber hier ist halt nichts. ist halt nichts. Und dass ich nach einem Tipp gefragt habe, hieß es unten. was habe ich denn unten übersehen? Oh ne, das hört den anderen, den ich schon habe. So kommt man an den hier ran. Und ich dachte, man muss das mit Blubberblasen machen. Aber ich habe den ja so geholt, indem ich einfach so pixel perfect gejumpt bin. Okay, das heißt, vielleicht haben wir irgendwo jetzt so Blöcke. Aber ja, das ist dann, ja, hat sich das ja geklärt. Wieso da so ein random Block in der Luft hängt. Weil der halt connected ist zu der Blume. Ja, so hat es aus Versehen gefunden. Was das für ein crazy Rätsel, Mann. Hat sich jetzt irgendwas optisch verändert? Wenn ich jetzt hingehe und die Pflanze jetzt zu sehen? Nö. Hä? Es muss doch irgendwas mit dem Pilz sein. Sonst wird doch nicht die ganze Zeit ein Pilz droppen. Weil hier gibt es keine Gegner, die dich umbringen können. Du kannst es muss ja irgendwas mit dem Pilz sein. Aber mit dem Pilz kann ich nur Blöcke kaputt machen. Sonst kann ich nichts anderes mit dem Pilz machen. Ich komme auch nicht mehr zurück. Moment, kann ich vielleicht in der Röhre vielleicht irgendwie meine Richtung ändern, wie bei 3D World so eine Glasröhre, aber die Röhre sieht man nicht, weil sie irgendwo versteckt ist. Das ist doch wundervoll mit anzusehen. Hä? Ich check's nicht. Achso, tauscht man Items. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wie tauscht man Items? Da steht die ganze Zeit A drücken. Ich drücke A, es passiert nichts. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ich brauch einen Tipp. Muss Käppi werfen auf die Blume. Ich hab Käppi nicht dabei. Ich denke, da wird auch nichts sein, weil wenn da oben irgendwas ist, das kriegst du ja ohne Power ab gar nicht hin. Ja, es muss ja nur ein versteckter Block sein. Was anderes kann es ja gar nicht sein. ich könnte jetzt die ganze Map durchgehen und und das das ist das das ist das das ist das Ich habe keine Ahnung, Chad. Ich habe keine Ahnung. 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 War schon dumm. Ja, gehen wir weiter. Mario geschafft. Rutschpartie im Platzdartal. Okay. Okay. Aha, Secret. Das ist halt mal was anderes. Boah, hätte man sich auch sparen können, das andere. So random Blöcke suchen ist jetzt nicht so spannend. Ich denke mal, das ist eine Sache, auf die kann man verzichten, I guess. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, die hier sind. Oh. Man kann die Blöcke auch kaputt machen. Hier ist was zum Ziehen. Geil. Dann brauchen wir hier einen Panzer. Puh, buh, 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 buh. Puh, buh, buh, buh. Puh, buh, buh. Wo denn will ich haben? Nö, sage ich dir nicht. Geheimnis. Geheimnis. der pulli gehört mir ist meiner ich muss auf den blog drauf gab dick eldenring was gab dick eldenring um sich ach so im stream bei dir meinst du ja mal schauen was wir zu eldenring machen kurz vorm deal ziehen ob wir auch irgendwas im stream besonderes machen und eldenring als vorbereitung aber dauert ja noch ein bisschen bis juni ne eldenring marathon ok hier hat sich wahrscheinlich die eisblöcke gebraucht noch mal all bosses in einem stream ja weiß nicht weiß nicht okay keine ahnung ich hätte da hinkommen können wahrscheinlich auch etwas mit den eisblöcken die die ganze zeit hier um geflogen sind lieber cock ring als eldenring ja aber cock ring kann ich nicht streamen eldenring schon und cock ring kriegt ja keinen kein dlc eldenring schon hallo ich verliere alles ich gehe einfach ist all bosses auch mit allen mini boss aus dungeon ich habe 24 stunden stream gemacht wo ich alle 165 brosser besiegt habe also ja auch alle dungeons alles boing everything 26 stunden ging da ok was wäre ein cock ring die cock ring die jetzt weiß nicht bin ich bin ja nicht der hersteller lass uns überlegen ich bin nur der ich wollte schon sagen der cock ring enjoy er wo ist meine rübe kommen die hier raus geflogen die die würfel okay ah da ist meine rübe shadow of the cock tree hier immer mit euren sexteben bei mario spielen macht euch daisy so horny moment hätte ich jetzt die rübe nicht genommen wäre hier das aktuelle also werde ich hier das reguläre ende gewesen dann wäre das level ja super kurz ne da ist die fahne einfach halber katamari perfekt fahne zerstören softlock ich weiß noch wo du alle bosses in blood souls gemacht hast da hatte ich kovat perfekt mir hat eine rübe gefehlt gute assoziation aber ja da war ja alles da habe ich ja von demon souls über dark souls über bloodborne sekiro und so alles gespielt das war auch eine woche nicht irgendwie ein stream sondern eine ganze woche ne platzner schütze oder so fast eine ganze woche ich glaube eine ganze woche oder so jeden tag stück für stück durch die ganze reihe all bosses das war ganz cool actually aber das alles in einem stream gewonnen das war's okay cool ich musste bei der stelle auch katamari denken high five oh ne blaue kamel was geht ab tausend schlängler im tiefen schnee 24 stunden streaming coming ja ich weiß nicht was ich ich habe schon die letzten wochen öfters darüber überlegt wenn ich irgendwie samstags zu hause geblieben bin und ja so nicht hier war ob ich vielleicht wieder sowas mache irgendwie was großes kann ich den töten der geht bestimmt rüber ne was irgendwie so richtung 24 stunden geht aber irgendwie hatte ich auf nichts bock gehabt außer außer nochmal dark souls 1 all achievements in einem in einem stream hey ein stern das ist eine eule was macht die eule da ist das ein gegner das ist ein gegner ich habe okay ich habe irgendwie nur den unterteil der eule getötet spielst nur dlc von fromsoft achso einfach dlc only run wegen dlc als vorbereitung scheiße 24 stunden nur unsere songs wieder wieso wieder ja ich glaube wir werden nie ein sekiro dlc bekommen es tut mir leid dich enttäuschen zu müssen ich glaube der zug ist abgefahren scheiße ich glaube Activision möchte kein spaß haben Activision glaube ich hasst spaß äh ich brauche hier so nen wurm wo kommt der wurm jetzt her da ist er perfekt gedodget es schneit oh ich muss hier warten bis es ganz nach oben geht und dann ist oben was zum holen das kommt direkt nach silkson silkson kommt sekiro nicht sekiro ist durch er kommt bloodborne für pc als sekiro dlc ok irgendwie war es das das kann nur bis zu einer bestimmten grenze gehen oder so ok vielleicht vielleicht ist da oben irgendwas und der schnee ist despawned du 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 wow ich hab keinen power up mehr scheiße du 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 danke hab jetzt wieder holo night angefangen und kann es nicht weglegen ist auch einfach ein geiles game man ich müsste auch mal irgendwann holo night nochmal komplett spielen ich meine ich hatte ja mehrere runs hier gehabt wegen no death run und so aber ich habe kein zweites mal irgendwie so einen run gemacht wo ich irgendwie alle bosse gemacht habe sondern nur ein einziges mal sondern nur ein einziges mal geht es da oben noch lang oder geht es noch lang du kommst zu spät power up habe ich schon gemacht nur eine münze ist hier oben gar nichts du 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 und keine Sorge ich werde es kein zweites Mal machen bei Elden Ring am PC habe ich eher das Problem ein Reittier auf die Schnellleiste zu packen wie ein Problem ich habe das immer auf unten die Pad unten gehabt rüber ja tu es Hollow Knight ist super so ein schönes Spiel so ein schönes Spiel so ein großes Spiel ich glaube ich habe eine Rübe übersehen oder es gab drei glaube ich Hollow Knight Marathon bei SingSong Release let's go ne es gab auch nur zwei wie lange braucht man für Hollow Knight? es ist schwierig zu sagen weil einerseits gibt es sehr viele schwierige Bosse und da hängt es natürlich dann mit deinem Skill zusammen und andererseits kommt es auch auf die Orientierung an weil das Spiel ist sehr groß also die Map ist sehr groß und sehr komplex und wenn du gute Orientierung hast und guten Skill hast sodass du die meisten Bosse recht schnell legst dann ergässt 20 Stunden 20 Stunden? keine Ahnung vielleicht wenn du da gut durchkommst ich kam nicht so gut durch weil ich bei vielen Bossen mies aufs Maul bekommen habe und teilweise sehr rumgeirrt bin und ich habe vielleicht für ein Playthrough bis zum Endboss vielleicht so 35, 30 Stunden gebraucht achso ich brauche hier den Wandsprung-Ding kann ich den hier ändern? ne ich habe ihn ausgerüstet aber ich habe auch alles gemacht also theoretisch habe ich alles gemacht und wenn man halt nur das Nötigste macht dann braucht man auch um einiges weniger ich habe alles halt gemacht ich meine wie lange ging mein No-Death-Run? zwei Stunden vielleicht aber da wusste ich ja natürlich wo es hingeht wie die Kämpfe funktionieren und so aber ja was ist das für eine Sprache? Russisch ist das? ui ui und Yamatora! Dankeschön! für 19 I am Daisy Junge ich komme irgendwie mit dem mit diesem Sprung nicht klar weil ich immer davon ausgehe also Muscle Memory mäßig dass ich mich davon wegjumpe ne da seht ihr schon wieder aber ich gehe noch hoch bei KG hat es halt drei Stunden Blind gedauert aber bei dir kann es ein bisschen länger dauern ja drei Stunden aber ja wenn du alles machst sind schon recht viele Bosse sind schon sehr viele Bosse sehr viele Bosse sehr viele Secrets ui ui nein nein wieso springe ich direkt ab? ich bin so dumm einfach only up das ist ja wie Celeste halt wirklich jetzt müsste ich mich nur noch an Wänden festhalten können Sude Sude nein ich bin so schlecht Sude ey da wo war ich Pupa da wo war ich Pupa Fokus das ist das schwierigste Level im ganzen Spiel oder? neben dem Rätsel Level von vorhin ey ich hab's gedacht es geht weiter ui achso ich kann ja ich kann ja wieder zwei Sprünge machen so ey falsch rum nein 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 okay 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 ich hab's ich hab's ich hab's das ist das das ist das das ist das Pupu sicher du Welt2 bist wenn du Welt20 schon bist glaub mir da gibt's ein Level was dich zum Verzweifeln bringen wird. Schwierer als das? Nee, oder? Das war schon, glaube ich, somit das schwierigste Level im Spiel. Ich kann bezweifeln, dass es noch was Schwierigeres kommen wird. Vielleicht minimal, aber auch nicht viel. Ich meine, das ist ja ein Mario-Spiel, das ist ja für Kinder. Und ich bin halt erwachsen. Das Letzte hat mich gebrochen. Bist du noch ein Kind? Bestimmt, ne? Angriff der Spießeriche. Was ist das für geile Vögel jetzt? Stark! Die können auch nach unten fliegen. Tot! Das Letzte ging voll. Ja, Sibosa, du bist bestimmt auch so übelster Mario-Crack. Wow. Du hast kein Blut in deinen Venen, du hast Klärwasser in deinen Genen. Äh, Genen, Venen. Nein. Ich hätte wahrscheinlich da hochkommen können, oder? Und da ist wahrscheinlich dann... Da ist wahrscheinlich dann... eine Rübe. Schade. Ja, Klärwasser wegen... Klempner und... Marius Klempner. Die Blume redet Russisch. Ich wollte die eigentlich nochmal ändern. Ich wollte alle Sprachen mal durchprobieren. Was so die beste Blume ist. Irgendjemand meinte, die russische ist die beste. Kann ich die auch schieben? Ne. Hat er nicht seinen Job gewechselt, oder so? Ne, ich glaube, in Boston ist er immer noch Klempner. Nur halt im Pilzkönigreich ist er halt ein Superheld. Ein Leben! Wurde schon komisch angeschaut, weil ich Super Meat Boy Forever innerhalb von 5 Stunden durchgespielt habe. Ja, ich würde dich auch komisch angucken. Freak. Die können wieder rauskommen, natürlich. Du könntest halt was Cooleres in der Zeit machen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ins Gym gehen, oder so. Und du spielst Meat Boy. Привет! Привет! Mal rauf! Danke! Stirb! Was ne krasse Kombo, oder? Typische Konversation. Jo, was geht denn hier ab? Die Vogelmafia. Da oben ist irgendwas. Aber da komme ich, glaube ich, nicht durch. Von unten. Da, glaube ich, braucht ein Schlagbohrer, oder so. Da sind wieder Drogen. Jo! Mittlerweile killen sie sich einfach gegenseitig. Da ist die Möhre, Mann. Du bist aber doof. Das ist doch keine Möhre. Das ist doch eine Rübe. Oha, Leute. Auf einmal top down. Auf einmal top down. Crazy game. Ich bin dumm. Ich hab falschrum gedacht. Zelda Gameplay. Welche Droge muss ich nehmen, damit mein Leben top down wird? Äh, frag mal Tomatolix. Und somit schließt sich der Kreis. Wieso? Hauen die alle von mir ab? Wow! 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 Das ist halt wirklich einfach, einfach Zelda. Das war eine coole Rübe. Sehr cool. Ich mag diese ganzen coolen, kleinen, kreativen Ideen. Meint ihr, Chat? Als nächstes 2D-Mario kriegen wir wieder ein Wunder. Wahrscheinlich, ja, ne? So wie bei den anderen 2D-Marios haben die ja auch dann erstmal den Stil erstmal den Stil erstmal so lange geballert, bis sie ihn alle gehasst haben, ne? Wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal die nächsten 10 Jahre nur so welche 2D-Marios bekommen. Ich wundere mich, ob das passieren wird. Bye-bye! Mario Bros. Wanda Deluxe. Ja, das kommt dann auf der Switch 2. So, lass mal kurz ne neue Stimme machen. Let's go. Die Hälfte geschafft! Wo ist er? Da. Ich hab noch ein bisschen auf Petto. Zwei kann ich noch kaufen. Alles gut. Vom Pfahl zu Pfahl. Hier Schwebehochsprung. Oh, ne neue Neue Abzeichen. Wölkchen Arena. Und dann Brommelchen 9 hab ich aber schon. Ich versteh wieder, was die Blume sagt. Du kannst Niederländisch? Und das perfekte Timing. Vier Sterne. Was ist maximale Sterne-Chat? Was ist das Schwierigste im Spiel an Sternenzahlen? Fünf! Was? Und hier kommt schon so Early Vierer? Ich check erst jetzt, Leute. Dass die Rüben verschieden markiert sind. Also wenn dahinter so ein Sist, dann heißt es, dass das wahrscheinlich so ein Drogen-Rübe ist, ne? Schlau. Bin schlau. Man kann den Typen da unten kontrollieren. was ein nices Detail. Einfach detailverliebt dieses Spiel. Ich konnte den Prinz gerade so kontrollieren, Alter. Stark. Starker Anfang. das sind Samen. Nein, das sind Rüben. Not bad. Not bad. amüsiert amüsiert mich. Oh mein Gotti. Unten drunter. Da ist was. Da müssen wir wahrscheinlich die ganz rechts erwischen. Boing. Rübe. Münzen. Was? Hat er gesagt, ich habe einen kleinen? Oh, hat er einen kleinen? Seifenblasen. Junge, wie das aussieht, Mann. Die gehen in die Blase und dann lösen sie sich auf, indem sie immer kleiner und kleiner werden. So, Moment, hier. die werden wahrscheinlich in so eine Blasendimension gesendet. Das war immer eine tolle Blasenfähigkeit. Ich war auf seinem Kopf. Primer. Das war zu laut. was bleibt eingesammelt, okay. Luigi! Da ist meine Rübe. Meine Wunder Rübe. Ne, nur ein Zehner. Schnee gute garbute gabu. Mit langer See. Fucking Gooby Fortnite. Apropos Gooby Fortnite. Habt ihr gestern die Streamer Awards geschaut? Hoabah! Äh, die Streamer Awards von Reefd, die hat letztes Jahr das auch gemacht. Also, das ist eine Streamerin, die hat dann so ein eigenes Event veranstaltet, wo dann irgendwie so Oscar-mäßig Preise verliehen werden. Und Papa Platte hat einfach zehn Preise gewonnen. Alle haben sich drüber lustig gemacht. Viele waren auch sehr genervt davon. Viel zu lustig, Mann. Wo ist die letzte Blume? Da. Warum warst du da nicht? Irrelevant! Irrelevant! Das ihm wurde es ab einem Zeitpunkt einfach nur noch unangenehm. Weil er immer wieder auf die Bühne kommen musste. Und alle einfach genervt waren schon im Publikum. Oh, Mann. ja, ich fand's auch funny. Also ich hab's nicht ganz gesehen, nur so Ausschnitte gesehen und ein bisschen durchgeklickt. Und war schon funny, ja. über den Wolken. der Stuhlclip wird dich diesmal dafür qualifizieren. Ja, damit ich überhaupt vorkommen könnte, müsste ich ja überhaupt in der Bubble drin sein. anscheinend nennen das Leute Papa Platte Awards, ja. Tagesschau hat darüber berichtet auf Insta. Juckt das Leute wirklich klar? Also ist das eigentlich ein Award für eine bestimmte Bubble? Naja, der Award ist ja nichts von Twitch selbst. Das ist ja von einer Streamerin veranstaltet. Von Reefd. Das ist eine deutsche Streamerin und die hat den veranstaltet. Und natürlich werden dort du kennst sie nicht. So, das heißt, du würdest schon mal nichts von mir einreichen. Und deshalb reichen natürlich nur dort Leute Clips ein, die sie halt kennen oder halt aus dieser Bubble von ihr kommen. Deshalb, ja, kommen da natürlich hauptsächlich Streamer vor, die halt sie schauen und ihr Umfeld schauen. Stuhlclip einreichen, genau. Heizel war auch nominiert und eingeladen. Ja, vielleicht hat er dafür in seinem Stream Stimmung gemacht und hat gesagt, yo, Leute, schickt mal da was ein, schickt mal was ein oder so, I guess. Weil der Großteil war halt schon eher aus ihrer Bubble und dementsprechend hat auch Papa Platte das meiste gewonnen. Nicht nur, dass er der bekannteste ist, sondern halt ja auch ein Teil der Bubble ist. Der Stuhlclip ist schon zu spät. Das war gestern, das ist schon vorbei. Es ist nie zu spät, einfach nachträglich einreichen. Spammen! Oh nein, was ist das? Oh nein, was ist das? Ich werde gleich runterfallen, oder? Ja, für die nächsten Awards mache ich Stimmung. Für die nächsten Awards zwinge ich euch zu spammen. Zeige euch, welche Bots ihr benutzen mussten? Ich meine, Papa Platte hat auch letztes Jahr ein sehr starkes Streaming-Jahr gehabt. Also, irgendwo, irgendwie auch verständlich, dass er so viel abgeräumt hat. Aber ja, es war schon sehr funny, dass er so viel abgeräumt hat. Die hatten irgendeine Kategorie, habe ich auch in einem Clip gesehen. Es gab eine Kategorie, das beste Streamer-Duo. Und, ähm, da waren so ganz viele, so Monte und Elotrix, ne, sowas dabei, Gronk und Funk Royale oder sowas halt, ne. Und, dann war halt natürlich da auch das Streamer-Duo Basti und Papa Platte. Und dann konnte man am Ende sehen, wie viele Votes die hatten. Der Zweitplatzierte war Monte mit Elotrix und die hat irgendwie 6000 Votes gehabt. Und, Papa Platte und Basti GHG hatten 46.000 Votes gehabt. Holy shit. Junge, Junge, Junge. Da hat der Bot gute Arbeit geleistet. Ja, ich weiß nicht, ob das der Bot ist. Der hat ja schon sehr, sehr viele Zuschauer. Der hat schon sehr viele Zuschauer. Ich mag den nicht. Also, ich finde ihn sympathisch. Ich mag Papa Platte. Und ich meine, egal, was man zu ihm sagen kann, ich finde, ich finde, es ist, es ist ein cooler Typ. so als Twitch Deutschland Gesicht, sage ich mal. Und nicht irgendwie ein Monte oder ein Knossi oder so. Egal, ob man ihn sympathisch oder unsympathisch findet, ich finde, dass er quasi das Twitch Deutschland Gesicht ist, finde ich eigentlich sehr nice. Wolken! Mach ganz viel Damage, die Wolke! Nein! 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 Aber gewann denn irgendwas anderes was außer Papa Platte? Ja, klar. Papa Platte war ja nicht in jeder Kategorie drin. Zum Beispiel Newcomer war ja nicht drin. Nein! Ich weiß nicht genau, wie viel Preise es waren, aber er hat halt 10 gewonnen. Und an seinem Tisch saß auch noch Hugo, Let's Hugo und der hat auch einige Preise gewonnen. Und dann gab es da so ein Foto von dem Stapel an Preise, die sie bei sich auf dem Tisch hatten. Junge. Einfach so ein Perm aus Preisen. Viel zu lustig, ey. Ach, die Zeit läuft durchgehend. Ich dachte nur... Oh, lol. Die Zeit läuft hoch! Ich war gerade komplett in einem anderen Film. Junge! Wahrscheinlich kriegt man am Ende eine Belohnung für... Irgendwie wenn ich das innerhalb von 120 Sekunden geschafft habe, dann kriege ich dann irgendwie eine Rübe. Wenn nicht, dann kriege ich nur die normale rüber. Junge, die jetzt ohne Power ist schon ein bisschen arschlich. Ja, ich springe einfach rein! Es war nur neun, nicht zehn, okay. Neun von 30 Sachen. Stark! Bestimmt kommt auch irgendwann was richtig widerliches über ihn zu vorschalen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich glaube, ich bleibe bei Feuer. Ich glaube, ich bleibe bei Feuer, ja. Aber alle berühmten Leute haben Dreck am Stecken, oder? Sonst können die ja gar nicht berühmt werden. Schnee. Schnee. Scheiße. Aber ist egal. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Nein! Aber wieso sprinte ich nicht? Ich bin so alt, als ich jung war, hat die Tagesschau noch Nachrichten gemacht. Ja, das ist ja auf Insta. Das ist ja was anderes. Aber sowieso so ARD hat ja auch so ein Twitch Account und so. Hatte ich ja letztens darüber geredet, wo man sich auch bei denen sogar bewerben kann, dass sie nicht raiden oder so. Also mittlerweile würde ich mich nicht wundern, wenn Tagesschau auch irgendwie streamt auf Twitch. Das war jetzt auch lustig bei Dingens. Hanno und Papa Platte machen momentan so einen Elden Ring Seamless Co-op Run, wo sie dann eingestellt haben, dass alles super schwer ist und so. Wo sie versuchen, das innerhalb von einer Woche zu schaffen. Und während dem Stream kam bei denen auch der ARD in den Chat. Der ARD in den Chat und hat reingeschrieben irgendwie sowas wie Boah, Elden Ring, Mann. Als ich es gespielt habe, hat mich Godskin du richtig weggefickt. Irgendein Praktikant, der da gerade einfach den ARD Twitch Kanal oder so benutzt. I don't know. Aber das ist ja generell momentan so eine Wave, dass viele Marken versuchen, so einen auf normaler User zu tun quasi. Super viele Marken halt. Ich meine, ARD ist jetzt nicht unbedingt eine Marke, aber ja, die machen das halt auch. Sieht man ja so auf Twitter TikTok und so weiter. Alle möglichen Brands und so haben einen Community Manager, der halt so tut, als wäre ein ganz normaler Typ. Und dann antwortet er überall auf irgendwelche viralen Tweets und viralen TikToks oder so. Bisschen weird, bisschen unangenehm, aber ja. das ist momentan irgendwie so die Wave bei denen. Bald hier Aldi Süd und Red Bull im Chat am Trash Ich mein Aldi und Red Bull wäre ja gar nicht so abwegig, weil Aldi hat ja auch ich weiß nicht, ob die das immer noch haben, aber die hatten ja das eine Zeit auch auch Gewinnspiele gemacht haben für Streamer oder sowas, wo du dann irgendwie ein Setup gewinnen konntest und sowas. Also die sind da auch was Gaming angeht sind ja schon länger drin so in dem Game und Red Bull ja auch. Also ja das würde bei da wäre es gar nicht so schlimm nicht so weird. 70 Sekunden muss ich machen. Aber was kriege ich bei 70 Sekunden Chat? Ach eine 10 okay okay ich dachte vielleicht irgendwie weil hier wird keine Rübe angezeigt. Ich dachte vielleicht kriege ich da noch eine Rübe oder so. War auch mal dass Elmo auf Twitter gefragt hat wie es allen geht und das war voll mit unangenehmen Brand Accounts ja genau sowas man die lutschen sich die ganze Zeit die Schwänze und so das ist alles sehr weird Bethesda macht das glaube ich noch nicht oder ist bei Bethesda auch der Social Media Account so so ich kann jetzt höher springen ne irgendwie so mit dem Perk Circle Jog ne darum geht's ja nicht gerade Hoppa bei Bethesda ist das doch nur Tod der ist irgendwie cute dabei der ist aber irgendwie cute dabei fucking Tod Hapa bin dumm glaube ich Circle Jerk ist ja eher wenn wenn es um ein Thema um ein Brand oder so geht und alle nur darüber reden wenn wir jetzt hier sitzen und die ganze Zeit darüber reden wie geil Elden Ring ist das wäre ein sicker Circle Jerk aber das ist was anderes das ist einfach die geiern gegenseitig auf ihre auf die Reichweite Tod ist cute ja Tod ist schon irgendwo irgendwie cute finde ich auch ich hasse seine Spiele aber er ist schon irgendwie cute immerhin eine Qualität geht vielleicht später wobei so ein weiter sprung ist an sich auch stark aber ich weiß nicht gleiten ist eigentlich schon not bad aber wenn ich weit springen kann dann brauche ich kein gleiten ne gleiten ist glaube ich superior aber wir können gerne nochmal die Stimme ändern ich habe niederländisch gar nicht drauf geachtet was er da redet gar nichts mitbekommen gibt gibt es nicht in jedem level diese magischen rüben ne hier nicht siehst du immer vorher zum beispiel hier gibt es eine also so eine magische hier gibt es eine normale fürs abschließen und hier jetzt auch eine magische und eine normale fürs abschließen wenn du das meinst ich will das perfekte timing machen das superschwere level vier sterne leute let's go wieso ist das schwer das ist das ist das ist das ist Okay, das will ich noch mal machen. Dieses Level hat mich fast gebrochen, echt? Ich bin gespannt, wie schwer das ist. Ich bin gespannt, wie schwer das ist. Ja, war ein bisschen Aufbeat, so wie gestern. Ich bin gespannt, wie schwer das ist. Wieso werde ich hier in die Fahne geworfen? Vielleicht Hörspringen? Was? Was war's? Wieso? Was ist das? Was ist das? Hintergrund sind Leute Wolken in Form von Noten, voll musikalisch, ey. Mach mich fertig, dass es immer schneller wird, dann machen wir es halt so. Hör auf zu lachen, wieso nicht fertig? Gibt noch nichts zum Lachen. Da war bestimmt das Ende, weil ich hatte nur fünf Sekunden gehabt. So, Gamer-Modus aktiviert. Gamer-Modus aktiviert. Gamer-Modus aktiviert. Gamer-Modus aktiviert. Vielleicht ist das Weitspringen doch die falsche Rune. Ich glaube wir müssen die Rune von Godric nehmen. Speed ist gut, Speed ist gut. Ich bin, fuck, hängen geblieben. Nein! Ich kann nicht schweben! Ich habe den Schwebe-Perk weggelegt. Ich hätte nicht springen. Ich hätte auch einfach weiterlaufen können. Ich hatte Angst gehabt, dass am Ende noch der Boden wegfällt. Also bin ich gesprungen, aber dann kam ich nicht ran und dann musste ich wechseln. Ah! Okay, ich bin schnell genug. Einfach durchrennen. Ich muss nicht springen. Jawoll! Geil. Bravo! Aber die sagen einfach Hurra. Die Spanier haben kein Hurra. Aber Moment, hier gab es doch zwei... Achso. Achso. Die eine ist wahrscheinlich für Zeit, ne? Wenn ich on time schaffe, ne? Ich hatte gerade nur noch zwei Sekunden Zeit gehabt oder so. Da macht er die vier Sterne wie ein ganz großer. Sprungfeder. Okay. Was ist Sprungfeder? Komm schon, komm schon, komm schon, Prinz. Komm schon, komm schon, Prinz. Du bewegst dich durch Hüpfen vorwärts und kannst höher als... Okay. Oh, okay, ich kann nicht mehr gehen. Das ist wie bei Galaxy. Die Sprungfeder. Ja, ich glaube, das fühle ich nicht. Ich glaube, das ist nicht so meine Rune. Ich glaube, ich bin kein Fan davon. Nein. Hey, por aquí. Findest du Galaxy scheiße oder was, Yando? Okay. Muss der etwa hier geächtet werden? Okay. Keine Ahnung, ob ich da ganz hoch komme. Ja, ich denke mal, ich denke mal, wir nehmen dieses Ding nicht mit. Ich denke mal, das brauchen wir nicht. Ich meine den Federpilz. Also ich mochte ihn. Also ja, während ich Galaxy gespielt habe, habe ich festgestellt, viele hassen den. Aber ich mochte den eigentlich. War eine coole Mechanik. Ich fand es gut, dass sie nicht so oft vorkam. Ich mochte sie. Was ist das denn? Shortcut zum Blütenfeld-Nest. Spezial-Welt! So früh kann ich hier schon rein? Das ist jetzt die Hardcore-Welt. Vier, fünf Sterne. Ja, lass mal testen. Also wir machen es hier wahrscheinlich eh nicht jetzt, sondern später. Aber einfach mal testen, was hier mich erwartet. Was erwartet mich hier? Das ist ja dasselbe nochmal. Hallo? Sie macht keine Jumpies. Sie macht keine Wall-Jumpies, die dumme Sau. Den hier. Den Wall-Jumper. Die Hardcore-Version. Das ist das Level, was ihr meintet mit... Da seid ihr verzweifelt. Das ist das schwierigste Level im Spiel. Ja, stimmt. Hast recht. Junge, Daisy und Kleinen sieht so scheiße aus. Junge, ich bin so dumm. Junge, ich muss den Perk rausnehmen. Der ist scheiße. Ja, ich rede ja von Kindern. Also das ist das schwierigste Level für Kinder. lich, wenn dieser Mal und die Haus immer wieder. Was? Der Boden war weg unter meinen Füßen. Einfach so. Bitte lieber weiterspielen. Spezialwelten danach. Lass mich doch machen, was ich will. Ich habe gerade Lust auf dieses Level. Oh ne, Killer-Äppchen. Dankeschön für fünf Monate. Okay, jetzt schaff ich's. Nee, ich war gerade ja schon fast am Ende. Das ist easy. Nein, den Wall-Jump verkackt. Ja, jetzt wird's knapp. Ah. Ah. Was passiert eigentlich, wenn ich Game Over bin? Bin ich da wieder Level 1? Was mach ich? Ja, das war's. Ich war voll in dem Film. Dann löscht sich deine Switch? Okay. Also wenn ich jetzt verliere, dann habe ich keine Switch mehr. Dann können wir Wanda nicht mehr weiterspielen, Chat. Dann Rosini, dann gehen wir schlafen. Dann wird schlafi schlafi gemacht. Was? Ich war zu schnell. Okay. Nee, ich krieg die ganze Zeit irgendwie Leben zwischendurch. Spiel bestraft dich einfach, wenn du gut bist. Ja, das war's. Hier. Ja. nein das war der ende da oben bestimmt schon da war ende der halo marathon digger und zweites mal halo 1 glaube das möchte ich nicht das war's oder man verliert lila münzen okay dann bin ich raus also dann bin ich raus dann bin ich raus ich brauche die ich brauche die damit ich mir alle rüben kaufen kann ich kann die jetzt da nicht alle verbrennen und was passiert wenn ich keine münzen mehr zum abgeben habe dann löscht sich die switch die switch mann ich will jetzt eigentlich weitermachen aber ich will meine münzen nicht wegwerfen das denke ich mal am ende dann besser wenn man dann die nicht mehr braucht weil man schon alles gekauft hat er ist den kuchen spadisch du warst doch schon fast ja ich weiß ich war schon am ende aber um dahin zu kommen kann sein dass ich wieder halt fünf versuche oder so brauche und dann gehe ich halt game over noch mal dann habe ich noch mal irgendwie 40 münzen 50 münzen verloren das kann ich mir nicht leisten dann wird geld von deinem konto an nintendo überwiesen also wenn man keine lila münzen hat dann greifen die auf deinen paypal zu diese kapitalistischen schweine diese schweine was Was? Was machst du da? Äh, versuchen irgendwie zu überleben. Ich gebe schon mir Mühe beim Atmen. Aber ich muss noch dabei ein Spiel spielen. Ist nicht so einfach, okay? Diese dumme Blase. Ja, machen wir später. Oder ich mache einen Neustart. Ich bin ja immer noch am Anfang des Levels, ne? Nicht sterben. Ich bin ja immer noch am Anfang des Levels. Chat interessanter als das Spiel. Hä, klar. Ja, klar. Ja. Chat immer interessanter. Ja. Ja, das sage ich ja immer wieder. Ihr denkt immer, ich bin irgendwie 50 Jahre alt. Und ich sage immer wieder, ihr habt keine Ahnung, wie alt ich bin. Letztens hieß es noch, ich bin 23. Ach, ich kann ja auch von unten bouncen. Okay. Wow, dafür habe ich das jetzt gemacht. Puff. So, wir brauchen wieder lila Münzen. Papa hat Geld verloren. Ich wollte gerade das Schwein nennen. Endlich habe ich ein Schwein, wollte ich gerade sagen. Ist das ein Hinweis da unten? Nee, der ist doch schwarz. Da geht es nicht lang. Na, Junge. Jo, da kam er nochmal zurück. Trickshot einfach. Wo kommt der Kuchen her? Ey, 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 ey. Oh, da ist er. Hab ihn. Jetzt wird Kuchen gefressen. Ich bin ein Kuchen. Bitte nicht fressen. Bitte nicht fressen. Ähm, okay, so. Nee? Scheiße. Ich muss die dazu bringen, dass sie dagegen rollen, ey. Du siehst ja zum Fressen lecker aus. Also würdest du sagen, äh, Daisy's Cake sieht schmackhaft aus? Ah, 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 ah. Eso no me lo esperaba. Esperion os, uu, spinorasos. Kann ich hier rein? Nee, no. Buh, 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 buh. Oh. Oh. Ein Leben, ein Leben, das ist wichtig. Wieder ist Ende! Wieder ist Ende! Wie? Daisy! Was ist dieser Bait? Was ist dieser Bait? Diese Münze! Okay, gut, ich hätte den Kuchen halt weiter runterfahren müssen, bevor ich die Münze einsammle. Mario Maker Level einfach. Miyamoto hat nach all den Jahren Mario Maker nichts gelernt. Ich glaube, das geht nicht, oder? Was meint ihr? Geht das, Chat? Sollte gehen. Nein! Nein! So, ich muss ja Collectibles nicht zweimal einsammeln. Das heißt, ich muss nicht wieder hoch. So, das muss ich jetzt auch nicht, aber ja, man hätte wahrscheinlich den Kuchen hier weiter runterfahren müssen und dann ihn erst holen. Dann hätte ich mich nicht gekillt. Aber ja, it is what it is! Na, vielleicht hat das ganz knapp funktioniert. Ganz knapp hätte man sich da irgendwie reinquetschen können oder so. M-m-m-m-m. Wirst du auf dem Minecraft-Server von dem Buben spielspielen? Ja, ab Dienstag. Puh, puh, puh! Wenn alles klappt. Aber wird das bestimmt, oder? M-m-m. M-m-m. So, sonst habe ich hier alles, ne? Es kommt mehr Minecraft-Content. Ja, ich habe ja gesagt, irgendwann bestimmt machen wir nochmal Minecraft und ja. Da hat mich Dashkei eingeladen. Why not? M-m. Oh, ne, Karunio. Okay. Ja, das wollte ich damit sagen. Dienstag Minecraft. Dass ich Dienstag Minecraft streame, ja. Luftgalären im Wilkchengebirge. Einmaliges Ding oder langfristig? Ja, mal gucken, wie es läuft. Gedacht war auf jeden Fall öfters, ja. Gedacht war auf jeden Fall jeden Dienstag. Aber wenn ich merke, dass ich keinen Spaß dran habe und ihr da dann keinen Spaß habt, dann, I guess, nicht mehr. Aber ja, vorerst. Ui, Batterie. Ui, Feuerwerk. Frohes Neues. Jo, wie diese Musik. Das ist die neue Flugschiff-Interpretation. Von Super Mario Bros. 3. Ist ein bisschen irgendwie weird, so eine Musik, so eine Art von Musik im Mario-Spiel zu hören. Klingt ein bisschen wie Isaac. Puh, das ist ein richtiges Partybär geworden. Weg mit den Kaugummis! Kanone. Oh, die fliegt da gar nicht durch. Kann ich da rein? Nice. Du! Wies! So viele coole kleine Ideen in diesem Spiel, man. Also Also Ich meine, sowas wie zum Beispiel Ja Sowas wie SMB3, SMW New Super Mario Bros Das war ja alles so quasi Eine Neuerfindung der Formel Aber ich glaube So krass wie das hier War es noch nie, oder? Wobei SMB war auch schon ziemlich krass, ne? Von den ganz vielen weirden Ideen Juhu Juhu Äh, hier unten bitte Danke Zu wenig Items Bisher haben wir Feuerblume Elefant Und Blubberblase Aber Ähm Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm Dass es hier so wenig, ähm So wenig Items gibt Junge, was ist mit dem los? Yo Weil die haben ja glaube ich Oh Aber ich denke mal Was so ein bisschen die Idee war Ähm Dass man weniger Items hat Aber dafür halt mehr Perks hat Und So ein Perk ist ja quasi auch Mehr oder weniger wie ein eigenes Item Nur halt ohne Transformation Okay Was geht denn hier jetzt ab? Wieder zurück zum Absender Warte Oder ich drücke einfach auf den roten Knopf Wow Bin ich gerade von der Map runtergefallen? Hey Melody Ich hoffe nichts Schlimmes Aber Freut mich Dass du es überstanden hast Ne Peach sieht so klein aus Äh Daisy sieht so klein aus Weil ich gerade keinen Pilz habe Meinst du das? Joa Das war interessant War angelehnt an Mario Bros 1 Der Bosskampf Fallen ohne Angst Man kann auch Leben kaufen Oh Oh Moment 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 Nochmal kurz Fünf Leben kostet 20 Münzen Game over zu gehen kostet 40 Münzen An sich ein guter Deal ne? Wir machen einmal An sich ein guter Deal Wieso sagst du das erst jetzt Das ist nur für Loser ist Das habe ich schon getan Jetzt bin ich ein Loser Oh Junge Okay die resetten wieder Und wieder neue Plattformen Yo 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 Ich werde angespuckt Ja die 20 Die hole ich schnell wieder rein Schon elf Siehst du Wie schnell das hier geht Jetzt habe ich quasi wieder vier Münzen verloren Weil ich habe ja Ich habe ja 20 bezahlt für fünf Leben Was ist das hier? Okay Ah Es blickt in die Richtung Okay Weg ist das Leben Äh Achso ich muss wahrscheinlich durchwerfen Nice Nice Äh Die Blume spricht Spanisch Espanol Vamos Äh Vamos A la Cojones Äh Comprendes Äh Trabajos Nein Ich habe ein bisschen Spanisch gelernt Ah Ach Komm Escalación Und ja, sie spricht auf Spanisch, weil ich habe meine Switch aus Spanien. Ich muss leider alle Switch-Spiele immer auf Spanisch spielen. Ist ein bisschen lästig, weil ich nicht Spanisch kann, aber ja. Ich komme durch. Ich spiele nicht so viele Story-Spiele auf der Switch. Sodass das nicht ganz so wichtig ist. Äh, wie hole ich denn den Boy da jetzt unten? So. Oh. Ich dachte, die Plattform fällt dann runter und ich fall mit der Plattform runter und dann springe ich schnell ab oder so. Warum ist deine Switch aus Spanien? Ähm. Oh. War halt günstiger, ne? Joa, Stern ist jetzt nicht so stark. Hola. Moment, ich könnte ihn damit töten, wenn ich hochkomme. Hä, wie kriege ich die da unten? Mit der Wolke natürlich. Ich bin dumm. Natürlich, ich brauche die Wolke. La Kiko, La Kiko brauche ich. Nein, meine Switch ist nicht Spanisch, Mann. Das war ein Joke. Ich habe einfach nur die Blumen auf Spanisch gestellt. Die klingt eigentlich auf jeder Sprache glücklich. Also, wir hatten vorhin russisch, holländisch gehabt und die klang eigentlich immer glücklich. War eine glückliche Blume. Du dummer Wicht. Du dummer Wicht. Das ist eine glückliche Blume. Woa, Freefall. Ich werde die Rübe verpassen, oder? Die Rübe werde ich gleich sowas von verpassen. Ja, dass es sogar so eine Freefall-Mechanik eingebaut wurde. Einfach stark. Einfach stark. Dass du nicht einfach normal runterfällst, wie... Ja, als würdest du springen. Sondern, dass du wirklich eine eigene Animation noch dafür bekommst. Das ist schon sehr cool. Nein. Äh, das gibt es doch nicht. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nochmal. Komm schon schneller. Ah, bestimmt kann man in die untere Röhre rein. Aber eigentlich müsste es nichts mehr geben. Ja, okay, gut. Da könnte vielleicht eine lila Münze sein. Das stimmt wohl. Naja. Ich hab's ja, ne? Genau. Die Melonenblumen sehen irgendwie voll lecker aus. Äh, es gab ja... SMW war das, ne? Ne, das war nicht SMW. Das war... Yoshi's Island. Mit den Gegnern, die Melonen gegessen haben und dann Kerne gespuckt haben. Daran erinnern die mich die ganze Zeit. Hab gehört, Kegi nächstes Jahr bei den Stream Awards. Ja, ich hoffe doch. Müsst ihr was einreichen. Ich mach dann irgendwas Cooles. Wir können irgendwas stagen oder sowas. Was dann so aussieht, das wär's... Was... Was Cooles. Was könnte man machen, Chat? Um die Stream Awards reinzukommen. Ne, Lost Moments. Ne. Raubüberfall. Äh... Ja, ich glaub, Raubüberfall ist ein bisschen schwierig. Neue Kategorie. Best Staged Clips. Einen krassen Ausraster. Pullover fängt an zu brennen. Uh. Fail Moments. Best Fail Moments. Pullover fängt an zu brennen. Nein, Gasdruckfeder explodieren finde ich nicht stark. Ne. Finde ich nicht stark. So eine Explosion im Zimmer. Wie... Oh, wie der eine Typ. Der eine Typ, der... Ähm... Jo, was passiert hier? Der eine Typ, der... Ähm... Im Stream, ähm... Dingens gemacht hat. Besteck in zwei Toaster gesteckt hat. Aber das gab's halt schon, ne? Aber nicht in Deutschland. Aber das kann man auch easy stagen eigentlich. Was hat er gemacht? Äh... Ja, halt... Zwei Toaster angeschmissen. Und dann dort irgendwie zwei Gabeln reingesteckt. Und dann hat man ihn weggeheaten sehen. So innerhalb von ein paar Frames. Und irgendwie war er seine Hose eingeschissen oder so. Aber ich glaube, das war staged. Ja, ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Wuii! War fake? Okay. Weil er sah so ein bisschen fake aus. War voll traurig, dass Gronkh nichts gewonnen hat. Ja, der alte Mann ist viel zu alt. Alte Männer gewinnen auch nichts mehr. Wieso ist mein OBS so komisch? Oh. Der sagt nicht mehr Cringe und so. Kannst du das bitte nicht zeigen? Wieso? Toaster. Twitch. Clip. Streamer puts fork in Toaster again. Der wird nicht elektrifiziert. Das ist ja fake. Dem geht's fein, keine Sorge. Das ist doch fake, oder, Ricky? Das ist, glaube ich, so ein... Eventuell mental nicht, aber körperlich. Man sieht auch eigentlich gar nichts. Okay, gut. Es gibt eine Explosion. Weil das Ende sieht halt so gestaged aus. Weil er liegt halt am Ende auf dem Bett, seine Jogginghose ist hochgezogen und du siehst einen dunklen Fleck auf seiner Unterhose. Ich glaube, das ist fake. Ja, ihr könnt ja einfach googeln. Streamer puts fork in Toaster. Again. Und das Ende sieht halt so fake aus. Wieso sollte er seine Hose runter... 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 Oh. Wieso sollte er seine Hose sich hochziehen? Und ist, ähm, wenn man einen Elektroschock bekommt, einscheißen ein typisches Phänomen? Fürs Elektroschock bekommen? Ja, nein. Ah, ich kann die Plattform einsammeln. Ui. Das ist ja eine wilde Mechanik. Nein. Diese Lakitus im Hintergrund. Wie cute. Wie cute. Ich brauche doch die Blöcke, man. Ich vergesse immer die Blöcke zu sammeln. Scheiße, ey. Was ist das? Ist das illegal? Bro, es klingt eigentlich wie fucking Dachshit. Ach so, das. Das ist auch gestaged, oder? Wo es so klingt, als würde er sagen, in seiner Wohnung ist ein Gas-Lag oder so. Und dann macht er das Feuerzeug an und dann explodiert's. Das ist doch auch fake, oder? Das ist doch fake, oder? Nein. Nice, jetzt hab ich's. ich meine theoretisch ist das ja eigentlich ganz easy zu machen weil du siehst ja eigentlich gar nichts was passiert weil bei dem Elektroschock sind das ja nur Stillframes die du theoretisch vorher schon vorbereiten kannst, in Form von einem Video genauso wie bei der Explosion das könnte ich sogar auch ganz easy machen und dann damit in die Stream Awards aber dann müsst ihr das auch zuschicken mach bitte mach drei Toaster oha mir gefällt wie du denkst mhm ja wenn wir jetzt darüber reden und das dann irgendwann nächstes Jahr machen dann die können das ja nicht so weit verfolgen die können ja nicht das ein Jahr zurückverfolgen und zu gucken, dass ich das in irgendeinem random Mario Wanderstream geplant habe aber nächstes Jahr mit was macht vielleicht schon jemand anderes drei Toaster ja das stimmt muss man schnell sein ne okay Bosskampf Welt 2 die Welten sind hier echt groß irgendjemand meinte das Spiel ist voll cool weil es nur sechs Welten gibt aber die Welten sind dafür echt groß eigentlich ne das waren echt viele Level muss nur einer von uns Mod sein der da bestimmt abstimmen kann und dann die Clips reinschmuggeln okay ihr habt ein Zeit ein Jahr Zeit euch da rein zu schmuggeln der erste Streamer der die Stream Awards betrogen hat manipuliert hat das ist ja auch stark ein guter Titel imagine du hast so ein riesiges Luftschiff ne so ein richtig krasses riesiges Luftschiff und dann kommt einfach so ein kleiner Elefant rein und raidet dich Bowser ist echt schon ein Versager eigentlich oder was ein Trottel kann man hier rein da kann man doch rein oder ich krieg's nicht hin ach komm da ist nichts drin das ist nur ein Showcase was man mit diesen Röhren anstellen kann das ist nur ein Showcase uh ja das ergibt Sinn dass ich da Damage bekomme das ergibt Sinn noch eine Blubberblase noch eine Blubberblase droge im Schloss droge im Schloss Jo Jo was was geht denn hier ab was ist das denn für ein Film nein wie komme ich da hin Okay, so. Was ein wildes Game, ey. Hammer! Ich kann den Elefant hier nicht rausholen. Oh nein! Als ob! Das kann es nicht sein, als ob. Einfach am Ende. Hey. Scheiße, verkackt. Game over. Kann aufgeben. Jetzt muss ich noch hitspielen. Wie hab ich das vorhin geholt? Ich hab das vorhin gar nicht geholt, oder? Fantastic! Warum eigentlich der Hammerbruder nicht riesig? Das wäre schon ein bisschen unfair. Und jetzt Vorsicht. In der Mitte bleiben. Perfekt. So, mal gucken, was auf dem Boss kommt. Der Hammerbruder nicht riesig ist. Kein Bowser Jr. diesmal, ne? Wow. Bist du ein Elefant? Ja, nein! Doch, es ist wieder Bowser Jr., okay. Da seid ihr ja! Wow, unbedingt! Let's go! Das ist ja einfach, das ist ja einfach Super Mario Bros 3. Aber jetzt ändert sich alles. Jetzt kommt der Twist. Er macht es nämlich zu Eis. Dieser Halunke. Das ist Klipper! Das sieht irgendwie lecker aus. Er kann da drin schwimmen. Wieder Eis? Okay, ist rot. Nein! Was macht der? Irgendeine Aura. Hab ihn! Sieht aus wie dieser widerliche Zuckersirup, den manche auf ihrem Brot essen, nur in gelb. Honig? Meinst du Honig? Ja, aber Goldsaft, der Rübensaft, der ist ja braun. Und du sagst, das ist dieser Sirup nur in gelb. Also ein gelber Sirup ist ja auch einfach Honig. Sag doch einfach, sieht aus wie Honig. Und dann ist das, der ist ja nicht. Und dann ist das, der ist ja nicht. Mh, 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 mh. Ui! Was? Metal Gear ist hier? Lale-lo-li-lo. Aber ja, Goldsaft, der Rübensaft ist schon echt ekelhaft, das stimmt. Der ist schon echt widerlich. Das ist wohl die Wahrheit, die du da aussprichst. Chat, wir müssen eine Pause machen, ich muss dringend auf Toilette. Ich muss dringend pinkeln. Und jetzt öffnet sich der Weg hier rechts. Bowser verliert noch eine Wolke. Noch eine Piranha-Wolke. Das war die zweite Welt. Jetzt kommt gleich die dritte. Ja, die Welten sind recht groß. Aber dafür gibt es halt auch nur sechs. Und eine Special World. Vor allem, es gibt halt noch eine weitere Welt. Das ist ja dann die Hub-Welt. Also so gesehen gibt es ja dann eigentlich eigentlich ja acht Welten. die Hub-Welt, die ja auch Level hat. Die sechs einzelnen Level erwelten. Und dann die Special-Welt. Das sind ja im Endeffekt auch acht Stück. Und da hinten sieht da aus wie eine Sandwelt, wo wir gleich hingehen werden. Ich denke mal, das ist da rechts oben. hinter der Cam, die ihr nicht seht. Schade aber auch. Oder ich kippe das, genau. Ich geh pinkeln, Chat. Holt euch was Leckeres. Leckeres. Leckeres zu trinken. Was Leckeres zu essen. Ich hol mir auch was. Delfin-Kick. Let's go. Wieder Unterwasser-Action. Der Arme. Aber er ist nicht ganz verschwunden. Ich hab ihn letztens in einem Kommentar auf YouTube gesehen. Er hat nur noch vor YouTube hat er keine Angst. Nur verchatterte Angst. Wie ist Wanda eigentlich? Bisher sehr cool. Ist halt neuer Stil, ne? Beim neuen Stil bin ich immer direkt gehypt. Schade. Schade. Sieht aus wie New Super Mario Bros. Ne. Ne. Hör auf zu reden. Wow. Ich hab im Chat geguckt. Es war nicht mal so schlecht oder so. Der Rest war halt funny Zeugs. Ja, er hat halt so normales Zeug rein. Also halt normale Beats reingesendet oder so. Es waren halt und die Leute wollten halt alle irgendwas Lustiges haben von irgendwelchen Memes haben oder sonst was. Es war halt nicht nur fast sein Kram. Vielleicht jeder die kam halt nur so die schienen nur so besonders rauszustechen weil es halt kein zehnsekündiges Meme war. sondern halt sondern halt ein Drei-Minuten-Song oder so. Und an sich war das ja auch völlig fein wenn man nicht durchgehend irgendwelche Memes hat sondern auch mal für einen kurzen Moment ruhige Musik hat. Damit man mal ein bisschen die Fahrt die Fahrt genießen kann. Die sind halt nur besonders aufgefallen. Herausgestochen, sag ich mal. Aus der Masse. Chat ist gnadenlos. Chat ist gnadenlos. Ah! Nein! Ich meine ja, ich fand die Beats jetzt auch nicht so spannend. Aber ja. jetzt fängt er auch noch an. Nein! Ah! Kann man da hoch? Secret? Clip ich und sende ich ihm. Du kennst doch gar nicht seine Adresse. Ich habe es getan! Wie cool das wäre eigentlich wenn sie auch die ganzen Charaktere übersetzt hätten auf Deutsch. Das wäre so cool, ne? Nee, ich brauche keinen Delfin. Und dann sagt Mario jetzt geht's los! Ich habe bei The Way immer noch nicht den Mario-Film geschaut. Ich weiß immer noch nicht wie seltsam es ist. Mario auf Deutsch zu hören. Redet der überhaupt in den Filmen? Äh, in dem Film? Redet der überhaupt? Ach, das ist ein Rennen. Ich dachte, ich muss ihn reiten. Oh, hier brauche ich den Delfin jetzt eigentlich, ne? Er redet voll viel. Okay. Ja, hier brauche ich den Delfin, um zu gewinnen, ne? Okay, er macht einfach eine Ehrenrunde. Der Brie hat richtig Bock. Okay, ich schaffe das. Der hat aber auch Inliner, das ist echt unfair. Das Rennen gewinne ich, ne? Das Rennen gehört mir. Seht ihr? Seht ihr? Alles gut. Ah! Ich habe alles im Griff. Das ist wie, äh, früher Mario Kart. Wenn du langsam fährst, dann passt sich die Geschwindigkeit an von den Gegnern. Damit du nie ganz hinten bist, aber auch nie ganz vorne bist. Ja, easy! Guter Shortcut. Ist auch auf Englisch schwierig. Ja, aber Englisch ist halt so, wir kennen schon seit Ewigkeiten Mario auf Englisch. Wobei, Mario im Englischen redet ja auch nicht mit Charles Martinets Stimme, ne? Das ist ja Chris Pratt. Super Mario Kart war das erste Spiel, bei dem ich als Kind Aggression verspürt habe. Und seitdem hast du ein Aggressionsproblem? Wie viele Super Nintendos hast du schon kaputt gemacht? Ja, beim deutschen Film spricht es ja auch nicht Charles Martinet oder so. Charles Martinet kann ja kein Deutsch. Ich denke mal, im Deutschen spricht es dann einfach die deutsche Stimme von Chris Pratt, I guess. Charles Martinet kann Deutsch. Ja, aber doch nicht... Doch nicht... Oh, doch nicht wahrscheinlich ohne Dialekt, oder? Der Akzent. Wie komme ich da runter? Domtendo spricht Mario. Oh. Wie komme ich da runter, Alter? Ich brauche irgendeine Düse, oder so. Damit Daisy da rüberkommt. Ja, wie Julian Bam im Sonic-Film. Nur ist es dann dumm Tendo. Gibt es auf den Wolken irgendwas? Und dann, wenn Mario in dem Super Mario-Film irgendeinen Gegner tötet, dann sagt er immer Epic Fail, oder so. Nee, warte, was war nochmal so eine Catchphrase? Nicht Epic Fail. Ich glaube, das Thema haben wir jedes Mal, wenn wir über ihn reden. Betrug, genau. Ihr sagt immer, es ist Betrug. Nein, nicht Dixie-Kong. Ja, der sagt wohl immer Betrug, wenn er irgendwie verkackt, oder so. I guess. Wenn irgendwas Doofes passiert in Mario, dann sagt er Betrug. Ich wurde betrogen! Ich zeige dich an, Miyamoto! Oh! Nein, wir wollen hier nicht Dixie-Kong flanken. Stopp! Bin ja kein Nintendo-Fan, aber Dixie-Kong, oder? Ja, ich habe leider nicht die Dingens gefunden. Die Super-Rüber. Die war bestimmt bei den Weißerfällen unten. Da bin ich direkt hochgerusht. Die war bestimmt irgendwie unten rechts, oder so. Ich mag Donkey Kong Country 2. Ich habe mainly mal eins gespielt als Kind. Das habe ich mainly gespielt. Zwei habe ich, glaube ich, gar nicht so viel gespielt, hauptsächlich mal eins. Aber ich war sooo schlecht in dem Spiel. Aber ich glaube, das Spiel ist auch recht hart, ne? Auch heute noch, glaube ich. So, die Sandwelt, glaube ich. Doch, nicht Sand? Okay, es ist kein Sand. Keine Wüste. Es ist irgendwas anderes. Güldenfälle. Nee, ist keine Kacke. Ah, stark, Andy. Zwei und drei auf jeden Fall. Eins nicht. Ich hatte ein Eins. Ich habe eins damals nie durchgespielt als Kind. Aber gut, ich habe das Spiel auch nie besessen oder die Konsole. Das war immer nur bei meiner Tante. Hätte ich das vielleicht zu Hause gehabt, hätte ich es vielleicht durchgespielt. Tom Tendo war früher cool, aber seitdem er so erfolgreich wurde, hat sich was verändert. Also, ich kann dir sagen, ich werde mich nie verändern mit Fame, okay? Also, gib mir all dein Geld. Sofort. Was sind diese komischen Dinger, Alter? Güllefälle! Du hast dich schon verändert. Ich war schon immer der, ich war schon immer der bubschreiende Mario Maker Fan, den ihr im Gedächtnis hattet. Der bin ich immer noch. Äh, shoppen. Ja, nur ein Schnauze ist dazu gekommen, aber das ist nur, äh, ein Zeichen dafür, dass ich Mario liebe. Ich bin Schritt, Mario einen Schritt näher gekommen. Seit vier Jahren kein harter Darten ist mehr gespielt. Junge, das war aber auch eine Challenge für sich, ey. Oh nein, nicht schon wieder Rätsel. Irgendeine Rühmfähigkeit oder so. Oh, nee, du musst bestimmt so sitzen und dann kannst du dich im Sitzen boosten, dass du höher springst oder so. Hüpfertest, es darf gehüpft werden. Oh, Giraffenkatze, danke für 18 Monate. Und hi. KG hat sich ganz schön verändert, seit das schwarze Pikachu um seine Seele nahm. Jetzt bin ich einfach nur noch Pikachu. Pika Pika. Ich habe generell nie Nintendo YouTuber geschaut. Ich war da nie so tief drin. Nicht, weil ich irgendwie die alle uncool fand oder so. Wow. Sondern, weil, keine Ahnung, mich hat nie so Nintendo Content krass gejuckt eigentlich. das war starkes Level. Okay, die springen also, wenn ich springe. aber, wieso? Okay, jetzt alle gleichzeitig. Seitdem war es aber Longboo, ist ein anderer Mensch. Okay, man kann die beten. Die springen nicht so hoch wie du, sondern die springen nur, die haben nur eine Sprunghöhe. Das war's. Okay. Du weißt, dass dieses Level ein Perk-Level ist? Und jetzt? Muss ich mit mir anlegen? Ich hab keine Ahnung. Die 100 Prozent, also ich würde gerne, also was heißt 100 Prozent? Die Kegi-Prozent mache ich halt, ne? Sprich, ähm, ich will alle Level sehen. Ich weiß nicht, ob das 100 Prozent sind oder ob das weniger als 100 Prozent sind. Ne, ist kein Level, wo ich einen Perk bekomme. Das ist ein ganz normales Level. Hier gibt's kein Perky-Perky. Also wenn dann man irgendwie am Ende kommt, von wegen, yo, um die 100 Prozent zu bekommen, musst du mit jedem Charakter jedes Level oder so abgeschlossen haben oder so. So was mache ich dann nicht natürlich. Uäh, von oben! So was mache ich dann natürlich nicht. Wieso mache ich das? Junge, irgendwie überfordern die mich. Irgendwie überfordern die mich, ne? Da kommt noch einer von unten. Elende Bestie. Elendige Bestie. Warte, ich setze ihn oben drauf und dann hole ich damit die Box. Boing. Uh, da kommt das Ding raus. Okay, perfekt. Drugs! Schon nervig das Level. Yo, Big One! Bisher finde ich's ganz nett. Ah! Was? Wieso springt der nicht? Ich bin gesprungen. Du musst mit jedem Char jedes Level siebenmal perfekt durchspielen für True Dom Tendo Percent. Nee, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Bip, 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 Schade. Geht's heute nur bis 20 Uhr? Ja, wir machen heute nicht allzu lang. Ich hab nur ne Farbredung. kommt mir ganz gelegen, weil ich bin heute irgendwie den ganzen Tag arschmüde. Ich hab heute aber auch echt mies geschlafen. Geschlafen, geschlafen, geschlafen. Leakverabredung. Leakverabredung. Fängt mit J an. Deschka, nee. J Tendo. Junge, wie big die sind. Da kommt noch einer. da ist sie. Ah. Was ist hier? Wann machst du einen normalen, langen Sonntag-Stream? Heute mache ich einen normalen Sonntag-Stream. Willkommen im normalen Sonntag-Stream. Heute war ein Horrortag für mich. Mit Mieskopfschmerzen musste ich mich übergeben. Migräne? Oder meinst du eher so erkältungsmäßig? Mach mal einen normalen Sonntag-Stream. Yeah! Ja, eine gute Besserung, Mann. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Unerreichbar. Schleimer. Kennt ihr solche Träume, Chat? Wo ihr aufwacht und ihr denkt, das ist die Wahrheit. Und dann müsst ihr irgendwie erstmal alles checken, um aufs Leben klar zu kommen. Solche Träume hatte ich heute. Dreimal. Ich bin heute dreimal wegen solchen Träumen wach geworden. Wo ich aufgewacht bin und dachte mir, what the fuck. Erstmal Handy abchecken. Das war fürchterlich, Mann. Ähm... Ah, okay. Das war ein Triple. Toll gemacht! Wow. War richtig krass, wie ich da hochgeklettert bin, oder? Hast du gerade genappt, Jaso? Wir haben 19.25 Uhr. Das war ein Rätsel... Ne, das ist das Rätsel-Level. Hier ist das Rätsel-Level. Lass uns ein paar unsichtbare Blöcke suchen. It's Rätsel-Time! Suchtrupp! Find alle versteckten Wundermarken. Okay, wenn ich sie nicht finde, soll ich Freunde suchen. Boop, 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 boop. Hm, 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 hm. Könnte man da mit jemandem wegwizzeln? Wegwizzeln. Ähm, indem man sagt, yo, wollen wir zusammen die Rätsel-Level-Mariwanda machen? Obwohl, dann sagt man ja, dass man dumm ist, ne? Vorbei, aber wenn die andere Person dann auch ja sagt, dann ist man direkt auf einem selben Level eigentlich, ne? Dann ist man direkt auf einem selben Level. Beide wissen, beide sind dumm. Hä? War hier nicht gerade eine Blume? Bin ich dumm? Das ist ein Rätseldate, muss doch funktionieren. Aber bei Rätseldates könnte man auch Gefahr laufen, rüberzukommen wie ein Klugscheißer, ne? Ich habe es gemeinsam mit meiner Freundin gezockt. Ja, aber ihr wart ja schon zusammen, ihr kanntet euch ja schon. Ich meine, wenn du jetzt so auf Tinder jemanden anschreibst, der dich in die richtige Richtung geswipet hat. Ich habe keine Ahnung von Tinder. Okay, ich habe Wasser beschworen. Ich glaube, rechts swipen war, finde ich, geil. An dem Level hinkst du lange. Aber wer ein Rätseldate annimmt, ist doch ebenfalls ein Klugscheißer. Nee. Hey, du kannst doch auch Rätsel haben, ohne Rätsel machen, ohne schlau zu sein. Mache ich jeden Freitag. Wo ist der Block? Ich habe ihn nirgendwo übersehen. Aber es ist halt der letzte, die letzte Blume. Also, muss sie ja eigentlich wahrscheinlich eher weiter oben sein, als unten. Boah, Tortilla. Lecky, schmecko, fatso. Hier war ich auch sehr lange. Ja, das ist wie beim anderen Rätsellevel, ne? Wieder eine Blume fehlt mir und ich komme nicht mehr weiter. Okay, kann ich irgendwas verschieben? Kann ich irgendwas verschieben? Vielleicht ist es auch irgendwas so mittendrin. Da. Ich habe es. Okay, aber trotzdem, hier ist nichts. Also, wieder irgendwo drin? Also, das kann ja nicht unbedingt hier mittendrin sein, oder? ah doch, okay. Ja, ich bin auch nicht so, glaube ich, begeistert bisher von diesen Rätselleveln. die sind schon irgendwie... Keine Ahnung, keine Ahnung, ob man mit der Mario-Formel irgendwie interessante Rätsel machen könnte, außer, hey, irgendwo sind unsichtbare Blöcke? Ich meine, ich meine, kennen wir ja durch Geisterhäuser und so. Aber da ist es dann immer so Picador-Ding, ne? Und Geisterhäuser waren immer echt scheiße nervig. Duck-Hochsprung. Hier kommt das Level-Play-Mo. Was dachte Miyamoto sich da? Miyamoto dachte nicht mehr. Miyamoto macht doch gar nichts mehr. Miyamoto lässt für sich arbeiten, so einer ist das. Miyamoto schneidet nicht mehr seine Videos selber, er macht seine Spiele nicht mehr selber. Der bezahlt auch nur noch Leute dafür. Und dann hält er sein Gesicht davor und sagt, I'm Miyamoto, this is Super Mario Maker, äh, Mario Maker, man. This is Super Mario und fertig. Ja, Miyamoto lässt seine Kata die Nacht durchmachen. Bump! Ultima Salto! Bump! Ultima Salto! Junge, spanisch. Ultima Salto! Ultima Salto! Einfach, äh, neue Final Fantasy Boss. Neben Omega Weapon, Ultimate Weapon, gibt's noch Ultima Salto! Minamoto hat sich verändert, alle sagen das, ja, seitdem er reich geworden ist. Hätte er doch nur weiterhin seine Kartenspiele gemacht. Büh 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 B Junge, weg ist er Was war du hast denn? Kira eso Kira eso I eat my ass hole Oder was haben die noch gesagt? Irgendwie ist nur das hängen geblieben Aber I eat my ass hole ist am stärksten I eat my ass hole Ja, riesig hier Die sind so gut Ja, Mann Weil was klingt, das ist I eat my ass hole Klingt dann so perfekt irgendwie Weil man da so eine kurze Pause immer macht I eat my ass hole Das ist wundervoll Jo, der Skiller Wann sagt das die Blume? Ich weiß nicht mal, was das auf Deutsch bedeutet Also das Englische weiß ich Aber das Spanische Jo, ich bin auch einer Let's go Oder sowas hier Hat man ja auch immer so zwischendurch solche Level Wo man sowas hat Also ich find nicht, dass man im Spiel sagen kann Es hat zu viele, zu wenig Powerups Find ich nicht Durch die ganzen Perks Durch die ganzen Special Level Wo man solche komischen Dinger hier Ich war ein Kuchen Jetzt bin ich so ein Lappen, Alter El grande final Ja, es gibt vielleicht weniger von diesen klassischen Items Ja Junge, der hat ja unten so einen Maul, ne? Es ist ein bunter Mix Okay, ich lass los Que pasa Einfach Doodle Jump, ja man Scheiße, jetzt hab ich's verkackt, oder? Jetzt hab ich's verkackt Ich hätte mit einem Sprung schon direkt eigentlich draufgekommen Springen müssen Oh, Skillur Skillarier Skillosi Äh, gibt's den Wanda Spin Jump? Äh, ja 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 Geh bitte Auch von Wänden sogar Als Wall Jump halt Und hätte es keinen in der Standardsteuerung gegeben Dann hättest du wahrscheinlich auch ein Perk bekommen können Eine Rune bekommen können Mit der du das hättest machen können Aber da war Miyamoto gnädig Und hat uns das direkt schon gegeben Hier ist das noch nicht das Schloss, ne? Dankeschön, Miyamoto Ja, Miyamoto einfach Ehre Ehre Ne, warte Wir rushen Wir rushen den Boss Damit wir heute mit einem Highlight aufhören können Einen brauchen wir noch? Äh, Schwärmetest Unterm Nachthimmel Und hier haben wir Stacheltest Feuer frei Alter, vier Sterne Let's go Jürgen, was ist das? Einfach Mario Maker Ich habe eine Kanone quasi Oh, ich habe es doch noch bekommen Kommt der runter? Boah Ich wollte die Münze haben Nein Achso, ich dachte Ich muss ihn dadurch holen Dass ich da durchschieße Dann habe ich Actually keine Ahnung Wie ich das rausholte Da unten Vielleicht wenn man den Gegner tötet Fällt der Gegner da drauf Oder so Und dann sammelt man das damit ein Boing, 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 boing Uh Oh Muy bien Ich muss schon sagen Von den Dingen, die ich bisher gesehen habe Falls ich jemals wieder ein Mario Game spiele Wird es vermutlich Wunder Das ist ein guter Plan Aber Wirst du jemals ein Mario Spiel nochmal spielen? Oh, was? Jetzt habe ich keinen mehr Sei nicht albern Okay Ich habe keinen mehr Nein Wow Ich dachte, ich lande drauf Und wieso eigentlich nicht Ähm Wieso eigentlich nicht Bowser's Fury? Okay Okay, man kann die Kanone auch verlieren Muss aufpassen Hat keine Elefanten Ähm Random Ähm Random Elefant Fakt Elf faszinierende Fakten Über Elefanten Elefanten haben das beste Soziale Netzwerk Aller Landsäugetiere Elefanten können mit den Füßen hören Boah Elefanten benutzen ihren Rüssel als Schnorchel Elefanten trauern um Familienmitglieder Mir gefällt der Fakt nicht Elefanten gehen für Nahrung sehr weit Elefanten haben einen Kindergarten Old Job Elefanten laufen praktisch auf Zehenspitzen Diva Die dicke, robuste Elefantenhaut ist ein Mythos Ja, das habe ich auch schon mal gehört Elefanten sind Hebammen Elefanten Elefanten leiden unter traumatischen Erfahrungen Oh Mann Hör doch auf Ich wollte Ich wollte Ich wollte elf lustige Fakten haben Jetzt bin ich traurig Wieso kommt da einfach random die Blume raus Was soll das Elefanten empfinden bei Menschen dasselbe Gefühl wie wenn Menschen Katzen sehen Angst Und der traurigste Fakt Der jetzt aber nicht vorkam ist Elefanten sind vom Aussterben bedroht Chat Der Sonntag ist jetzt gelaufen Scheiße Yikes Hat sie gerade Yikes gesagt Yikes Yikes Ey Nooo Nooo Oh Junge Das war Das war ein Keggikopf Oder Chat Wer hat von euch das Level gebaut Das war ein Keggikopf Ne Megaldo Ripp an der Stelle Junge Was Oh ich hätte da hinschießen müssen Dann wäre Dort wahrscheinlich eine Brücke geöffnet worden Aber ich habe keine Munition mehr gehabt Naja Hauptsache rüber Ne Du hast mich erwischt Ich war es Cooles Level hast du da gemacht Wann machst du eigentlich eine Stream wo du Elefanten rettest Das können wir bei den Twitch Awards dann einreichen Ne ich glaube das wollen die nicht sehen Da kommt Gibt es glaube ich keine Kategorie Wer ist der beste Elefantenretter Save the Pandas Ja die Pandas müssen wirklich gesaved werden Die sind auch vom Aussterben bedroht Abschlusstest Nicht trödeln Schreib mal MrBeast an Ja Jo MrBeast Kannst du mal ein Video machen Wie du Wie du einfach Alle Tierarten Vom Aussterben rettest Akurrei Akurrei Oh ich muss ducken Akurrei Akurrei Kerob äh Final Ey was Wann Bei Stamm Attacker Noo Nooo Nooo Noooo Nooo 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 Das schaffe ich Komm schon! Komm schon! Nein! Pandas sind tatsächlich nicht mehr so vom Aussterben bedroht wie vor 15 Jahren. Also nicht mehr überdurchschnittliches Aussterben, sondern nur noch durchschnittliches Aussterben. Wir müssen mehr... Wir müssen mehr Panda-Babys im Tierheim aufnehmen. Hab's! Jo, die Wand hoch! Ich muss da rein irgendwie. Wie komm ich da rein? Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud zu dem 10er, oder? Der 10er ist verloren! Vamos! Ja, natürlich ist es spanisch! Grandioso! Ich hol mir morgen zwei aus dem Tierheim, sehr gut! Danke für die Hilfe! Für die Pandas! Ich hörte, es geht um Pandas! Ja, ja, also wir müssen Pandas aus dem Tierheim adoptieren, damit die nicht mehr vom Aussterben bedroht sind. Wobei, ist nicht mehr so krasses Aussterben, ist nur noch unterdurchschnittliches Aussterben, laut Chlorpo? Also, vielleicht lieber ein Elefant adoptieren. Im Tierheim. Königssamenvilla! Vielleicht Elefant? Elefanten können mit ihren Füßen hören. Ja, du bist dann quasi die Katze des Elefants. Moment, 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 Moment! Wenn dieser Fakt ja stimmt, ne? Das... Moment, ich krieg einfach eine geschenkt ohne Bosskampf? Ne, da kommt doch jetzt ein Plottwist, oder? Kein Plottwist. Ich dachte, jetzt wird mir die geklaut, oder so. Wenn ja Elefanten uns Menschen so ansehen, wie wir Katzen ansehen als Menschen. Das heißt, wenn ich mich adoptieren lasse von einem Elefanten, dann muss ich mich nie wieder ums Essen kümmern? Kein Elefant adoptiert. Hallo, was soll das? Ich bin pflegeleicht. Ich brauche nur eine PS5. Hä, wieso endete die Welt jetzt ohne Boss? PS5 und Nuggies. Die haben kein Internet bei sich zu Hause. Elefanten haben kein Internet? Ist das nicht einer der Fakten, oder so? Jedes, äh, jedes Elefant, jedes, äh, jeder Elefant hat einen WLAN. Der ist mad. Meine Vorbereitung für das große, nein, das riesige Wunder habe ich unter, nicht unterbrochen. Warum hört ihr nicht endlich mit, damit auf, es mir verderben zu wollen, ihn freu... Alter. Das klingt ziemlich übel. Boah, was der wohl für ein Wunder plant, ey. Scheiße. Was der wohl für ein Wunder plant. Was? Okay. Ja, ich dachte, wir haben jetzt so ein cooles Abschlusslevel oder so, aber wenn nicht, dann gehen wir nochmal kurz rein, ne? Wir machen noch die zwei Level, die hier noch fehlen. Moment, hab ich das hier nicht gemacht? Unerreichbar. Ist mein grandioser Skill. Wieso Abschlusslevel? Ja, für diese Welt gab es kein Abschlusslevel. Am Ende hat man einfach nur ne Rübe bekommen, umsonst. Ne Wunderrübe. Schmoll Daisy. Springen die hoch? Die springen hoch. Raketen. Das sind die neuen Blooper. Die nicht einfach random springen, sondern erst chargen. Okay, nimmt keine Geschenke an. Ja doch, ich nehm Geschenke an, aber es ist immer ein bisschen Susi. Susi, Susi Bakkus. Wieso sollte mir jemand was schenken? Der will doch im Gegenzug eben was. Hab ihn. Die Röhre. Die ist es. Der ist lieber. Und dann auch noch Geld. Die wollen doch was, oder? Ja, safe. Ich schenke dir jetzt mal ne Kacke. Ob du willst oder nicht. Hier ein gar nicht hinterhältiger Euro. Was will er wohl? Ich glaube, er will Content. Oh, ich liefere grad zufällig Content. Stark. Die wird was im Schilde. Will Privat-Content. Nee, so noch nicht. Noch nicht. Uh. Die Blase. Die Blase. Die Blase. Die Blase. Noch nicht. Also wann? Ja, ich hab ja gesagt. Ähm. Oh. Dass, ähm, 2025 ich vielleicht Dinge ändern muss. Und. Mal schauen. Vielleicht ist die Änderung Onlyfans. Fischis. Wee. Sprich, ich hab noch ein Zeit. Äh, ein Zeit. Ungefähr ein Jahr Zeit. Ein bisschen ins Gym zu gehen und mir ne sexy Figur anzutrainieren. Oh, der zieht rüber. Bin ehrlich für den Pain. Was ist netto? Was machst du denn für Content? Äh, denselben wie hier, nur nackt. Ja, komm, scheiß drauf. Genau, jetzt krieg ich ne Onlyfans-Spot-Benachrichtigung. Wisst ihr, Chat? Wir kriegen hier in diesem Stream so übermäßig viele, äh, Onlyfans-Nachrichten, weil ihr die ganze Zeit fucking horny seid. Und weil ihr die ganze Zeit horny seid, droppt ihr solche Wörter wie Onlyfans und das, der, der, die Bots analysieren hier den Chat. Und sobald irgendwie im Chat Onlyfans geschrieben wird, pfff, aktiviert sich der Bot. Ah, mein Pussy im Bio. Ey, wieso sagt mir keiner, dass das ein Unterwasser-Level ist? Dann hätte ich, hätte ich den Delfin mitgebracht. Oh! Jo, so knapp hintereinander? Oh, nice. Aber, Chat, ihr dürft dann nichts meiner Mama sagen, okay? Oh, yeah! Ich schreib hier nie sowas. Doch, ne Nachricht, die Nachricht davor hast du Onlyfans geschrieben. Kriegst jetzt direkt 10 Bot-Nachrichten. So, okay. Okay. Wir sagen deiner Mama auch nicht, dass du in dem Kult warst. Nein, doch. In deinem Satz steht, warum bekomme ich immer Nachrichten von Onlyfans? Da ist das. Set, jetzt hör auf. Du weckst die Bots. Äh, hab ich hier gekauft? Ja, hab ich gekauft, okay. Badadu! Ähm, man konnte von überall reisen, oder? Ich bin wieder hier! Special Welt! Fünf Sterne! dodge sounds Awww Fuccock, 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 fuccock! Ich muss schneller sein. Ich muss einholen. Ich glaube, ich habe eingeholt. Okay, ich habe nicht eingeholt. Das wird nicht klappen hinten rum. Die Blöcke verschwinden gleich schon. Nur was? Ach so, die Blöcke sind verschwunden. Ich dachte kurz, ich bin daneben gesprungen. Wieso sollten jetzt Aliens Nachrichten schicken, Klopper? Boop, 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 boop. Nein! Ist ein Insider. Okay, verstehe ich nicht. Weil ich bin kein Insider. Bist ein Outsider. Oh, lol, 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 lol. Oh, schnell, schnell. Wow. Ich finde auch, dass wir das Konzept von Onlyfans-Bots in Frage stellen sollen. Wir sind Aliens einfach Aliens. Die ganze Plattform wird von Aliens betrieben. Weil Horny, Horny, Horny-Männer sind quasi deren Nahrung von den Aliens. Horny, Horny, Lonely-Männer. Hey, du musst nicht Lonely sein, um auf Onlyfans jemanden zu subscriben und ihr jeden Tag über deinen Tag schreiben. Nein, ich spreche nicht aus Erfahrung. Okay, Chat. Chat? Outing. Chat. Also, anonymes Outing. Chat, anonymes Outing. Wir machen eine Umfrage. Lass eine Umfrage machen. Äh, nicht Vorhersage. Äh, Abstimmung. Wir machen eine Abstimmung. Ist komplett anonym, okay, Chat? Und zwar eine Abstimmung, ob ihr jemals bei irgendeinem OnlyFans-Creator oder Creatorin gesubbt habt. Ist anonym, Chat. Ihr könnt ruhig... Und joket nicht, okay? Ich will wirklich wissen. Nicht joken, okay? Nicht joken, okay? So. Nee, man muss ja eine Kreditkarte haben. Ist das so? Nehmen die kein Paypal? Fast 10%. Wieso seid ihr dann eigentlich so durchgehend horny? Vor allem sonntags? Hast du meinen Schwiegel gesehen? Ja, okay. Halt, übertreib. Sieben Leute haben jemals subscribed bei irgendeinem OnlyFans-Account. Ah, okay. Interessant. 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 Das war's für heute. Ey, ich komm nicht mehr... Wie hab ich das letztes Mal gemacht? Wieso bin ich letztes Mal so gut durchgekommen? Hätte mehr erwartet. Nee, hier sind einfach loyale Zuschauer. Denn der einzige Sub, der zählt und den man sich holt, ist der bei Kegi auf twitch.tv. Das ist einfach ein Zeichen der Loyalität. Das war's für heute. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich bin sogar schon fast zu schnell. Jetzt, glaub ich, Geschwindigkeit egal. Hauptsache Renn. Also nicht Geschwindigkeit egal, aber ich muss nicht mehr drauf achten, dass ich zu... Uuuuh, da hab ich's geschafft! Ui, 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 ui! Por si morianto! Ja, irgendjemand meinte vorhin, er hat bei dem Level sechs Stunden gebraucht, ne? Ja, wahrscheinlich war das ein Kind, ne? Ich brauch hier sechs? Hier gibt's ja nur ein Level. Wieso ich denn sechs Stück bekomme, wenn's hier nur ein Level bisher gibt? Achso, wahrscheinlich von anderen Seiten reinkommen, ne? Gibt wahrscheinlich andere Seiten, ne? Du erwachsene Legende. Danke. Also einfach nur in die Welt zu kommen, muss ich hinlaufen, ne? Weil hier kann ich nur ein Level auswählen. Aber wenn ich da hin will, muss ich hinlaufen, ne? Dachte ehrlich gesagt, du bist von den Reaktionen zu alt für das Level. Nee, so alt bin ich nicht. Ich bin im perfekten Alter für legendären geilen Gamerskill. Ich muss zwar schon ein bisschen, ne, nachhelfen, zum Beispiel in Form von einer Brille, aber das geht noch. Keggy Merch. Was willst du denn haben? Für Merch. Eine Tasse. Höhle der Juwelenblöcke. Ein Pullover mit deinem Gesicht. Mütze wäre passend. Bodypillow. Aha. Pappaufsteller. Deine Catchphrase. Die wäre? Was ist meine Catchphrase? Hier kommt wieder so ein Beat, so ein böser Beat jetzt wieder. Coyote-Time ist nicht meine Catchphrase. Coyote-Time ist nicht meine Catchphrase. Oder musst du, musst du weg? Musst du weg? Soll ich aufhören? Damit du nichts verpasst? Oh. Immer schön die Pflanzen befreien, ne? Pflanzen sind Freunde. Würde es dich stören, wenn man ein Shirt mit deinem Gesicht drauf macht? Äh, solange das nicht das Erste ist, was ich sehe, wenn wir uns jemals im Leben treffen sollten. Also wenn wir uns irgendwie mal im Leben irgendwo treffen sollten und du hast dann ein Shirt mit meinem Gesicht drauf, wäre schon weird. Setz dich mit Artists zusammen und hau geilen Shirt raus. Ja, das Problem ist nicht vielleicht unbedingt Artworks oder so. Das Problem ist eher... Oha! Sie hat einen Bohrer. Juhu! Einfach Mega-Man. Aber ich kann nicht nach oben drinnen. Oh doch, so. Jo, ich kann nicht in den Boden rein drillen! Oh! Äh, das Problem ist ja eher... Ja, du weißt schon, ne? Du weißt, ne? Na hier, ne? Ähm... Boah! Boah! Kannst du kurz hier... Kannst du kurz... Danke! 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 Be Angsther gewesen. Paniku! Paniku! Äh, das Problem ist ja eher, ähm... ...das auf die Beine zu stellen in Form von, ähm... ...ne, dass man einen Betreiber hat, der das, äh... ...die T-Shirts macht, der die T-Shirts irgendwie verkauft und so. Und ich meine, es gibt natürlich so Seiten, wie heißen diese ganzen Spreadshirt und so eine Scheiße. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Solche komischen Betreiber da, man kennt es halt, ne? Aber da sind dann irgendwelche Billo-Shit, irgendein Billo-Shit mit einem Billo-Aufdruck. Und das ist ja auch nicht so geil. Und dann wird das bestimmt noch von irgendwelchen Kindern in China aufgedruckt oder so. Und da muss man ja schon irgendwie... Komm ich da hoch? Man muss ja schon irgendwie einen vernünftigen Partner dafür finden. Und das ist dann vielleicht ja das Problem. Komm schon! Vor allem mein Partner, der... sich denkt, yo... Ich mache jetzt hochwertige Shirts für den Typen, der 200 Zuschauer hat. Da werde ich bestimmt viel Geld holen. Holly LP verkauft seinen Merch auch auf der Seite von Gronkh. Ja, aber ich habe keinen Kontakt zu Gronkh. Meinst du, wenn ich einen Sub bei dem in den Chat lasse? Mit der Nachricht, yo, Gronkh, kann ich bei dir T-Shirts verkaufen? Nimmt er mich auf? Der Holly wurde gegronkt. Gronkh ist Deschkes Onkel? Deschke! Ja, wahrscheinlich kann man... Also jetzt nicht bei Gronkh, aber wahrscheinlich gibt es da irgendwo... Wie man da irgendwie vernünftig rankommt oder so. An... An irgendjemanden, der... Nicht irgendwie... Irgendeinen Trash produziert, ne? Aber... Da muss man sich ja drum kümmern, ne? Man muss sich damit auseinandersetzen. Das ist eigentlich das neue Land, ne? Und hier ist einfach nur ein Raumschiff. Raumschiff vor allem. Luftgalere in den Blüteninseln! Einen Raid bei ihm lassen! Die Frage ist halt, renziert sich die Produktion am Ende? Ja, bestimmt, oder? Gerade schon alleine hier haben doch schon ein paar Leute gesagt, die würden sich was kaufen. Aber ich hab halt auch gar keine Verhältnisse dort. Keine Ahnung, ich weiß absolut nichts davon. Ich hab mich auch nie damit beschäftigt. Ich denk mal, wenn man was Cooles macht und es cool vermarktet und so, dann wird das schon wahrscheinlich funktionieren. I guess. Ein Wolkenlevel! Mit Blubberblasen! Ich wollte die haben. Ich hab keine Wolke mehr. Ich hab keine Wolke mehr! Wo ist er versteckt? Die Rübe. Wo ist die Rübe versteckt? Da ist die Rübe versteckt! Das ist keine Rübe. Oh, wow! Wow! Bei der Abstimmung kam raus, sieben Prozent. Äh, nicht sieben Prozent. Sieben Leute haben OnlyFans abonniert. Von... Es haben aber nicht so viele mitgemacht. Ich glaub, ich hab so 80 Leute, glaub ich, gewotet. Und von diesen 80 Leuten haben sieben Leute gesagt, hab ich. Hab ich. Mein Mitbewohner meinte, er hat mal eine Zeit lang gut zum Streamen gelebt. Hat aber nur für... Nur 167 Follower auf seinem Kanal. Also, vielleicht, wenn er vielleicht einen Elefant hatte. Äh, nicht Elefant, eine Wahl hatte. Jeden Monat. Dann klappt das bestimmt. Elefant einfach. Also sprich, jemand, der jeden Monat ihm dicke, dicke Donations raushaut. Dann kannst du theoretisch auch... Ich hab ne Wolke nicht mitgenommen. Dann kannst du theoretisch auch mit 5 Followern von Streaming leben. Uiuiui. Feier! Scheiße, die Münze, Digger. Du liebst dieses grüne Feuer. ich muss bei diesem grünen feuer irgendwie man dingens denken an crash bandicoot 4 also das neue it's about time irgendwie erinnert mich diese wie das von der farbe her und die animation ich weiß nicht mal ob es farben gab der farb ob es grüne feuer dort gab aber irgendwie muss ich bei diesen feuern immer an crash bandicoot it's about time denken schießt mal hier die wird ein bisschen knapp aus halber dr bibber hier ich bin so daisy nächster hätte ich bin tot rüber 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 an neo nippon was ist neo nippon ich dachte ich fall runter ok 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 das einzige woran ich mich erinnere in crash 4 ist dass die eine am anfang des einen level sagt das erinnert mich an neo nippon irgendwas mit kaiju 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 irgendwas hatte mit kaiju gesagt oder oder tanuki irgendwie sowas immer dieselbe phrase am anfang irgendwie sowas ja das eine level ich kenne ich habe das ich habe den anfang dieses levels gerade vor meinem kopf tanuki irgendwas mit tanuki sagt sie da habe ich ein level immer wieder und immer wieder neu gestartet weil ich dort irgendwas erreichen musste ich weiß nicht ob schnell sein musste alle kisten machen musste auf jeden fall keine ahnung jedenfalls habe ich dieses level sehr oft von neu gestartet und sie hat am anfang immer dieselbe catchphrase gesagt irgendwie sowas moment ich kann schon direkt in die nächste welt ich habe direkt die tür geöffnet für zwei neue welten nicht nur eine und dann könnte ich hier theoretisch rüber kurz mal gucken was hier ist und während des levels haben wir über das ertrinken gesprochen ah klassisch welt 5 fungimine wie sieht die aus toxic sieht die aus hier kommen die ganzen pilze her die mario frisst endlich fungimine wow ich will wieder zurück die strandwelt das ist eine wolke das ist gar kein strand das ist eine wolkenlose wüste wüste die wüste ruft habe ich bei dem boy schon geshoppt bei crash 4 habe ich zum ersten mal den stream gesehen und wurde dann gebannt weil ich gefragt hatte wann ein nächstes video kommt was war das für ein toxic mod der dich da gebannt hat das warst du wenn dann war es wahrscheinlich irgendein beschissener moment oder so deshalb war es einfach zur falschen zeit mit der falschen nachricht am falschen ort ich kann mir vorstellen vielleicht vielleicht sowas ne unhöfliche fragen bann ich nicht die ignoriere ich eigentlich kann mir vielleicht sowas vorstellen wie keine ahnung wir haben gerade hier über den tod oder so gesprochen voll das ernste thema oder so und dann kommt jemand rein und sagt wann kommt neues video sowas halt wenn gerade irgendwie so ernste thematik ist oder so und dass mich dann so irgendwie getriggert hat oder sowas vielleicht aber in der regel wenn jemand hier reinkommt nach neuen videos fragt dann ignoriere ich das meist ignoriere ich meist oder sagt wie zum beispiel ja ich versuche bis mittwoch eins fertig zu machen schaffst du das video vorher fünf sieben ja das ist der plan wenn nicht dann kriege keiner für sieben aber ich schaff das morgen ganzen tag wird nur geschnitten morgen gehe ich in den schneidebunker es wird nur geschnitten war neues video mittwoch hoffentlich mittwoch aber ich kann euch sagen wann der nächste stream kommt und der kommt am dienstag chat für heute ist nämlich schon vorbei okay